Ja, wir machen weiter in den Schritten, wo es insbesondere als Unternehmer, als Industriellen geht. Zunächst begrüße ich Herrn Dr. Storz und möchte Ihnen kurz vorstellen. Nach dem Wehrdienst hat er Geschichte und Germanistik in München studiert. Er hat promoviert über das Kriegsbild und Rüstung vor 1914. 1990 wurde er promoviert. Seit 1991 ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Bayerischen Armeemuseum in Ingolstadt und dort unter anderem zuständig für die Sammlungsbereiche Handfeuerwaffen und Geschützwesen. Seine Forschungsschwerpunkte sind die Bewaffnung des Deutschen Reichsheeres von 1871 bis 1918 und der Erste Weltkrieg und hat in diesem Bereich zur Militärgeschichte des 19. und 20. Jahrhundert auch Veröffentlichungen publiziert. Der Vortrag ist überschrieben, Artillerie im ausgehenden 19. Jahrhundert und ich möchte Herrn Dr. Storz jetzt bitten und freue mich auf den Vortrag. Vielen Dank für die Vorstellung, meine sehr geehrten Damen und Herren. In meinem Vortrag geht es also jetzt nicht genau um die Person von Ernst Gruson, von Hermann Gruson, sondern um einen Bereich der militärischen Sachkultur, einen Bereich, auf dem er auch einen Teil seines Marktes gefunden hat, um die Artillerie, das Geschützwesen. Die Artillerie war, bevor sie entwickelte Luftstreitkräfte gegeben hatte, stärkste Gewalt- und Zerstörungsmittel, über das Streitkräfte verfügt haben. Als Gruson seine industriellen Laufbahn begonnen hat in den 1860er Jahren, hatte sich dieses Material gerade grundlegend verändert. Es war ein neuer Standard entstanden. Die bis dahin üblichen glattläufigen Geschützrohre waren durch gezogene Geschützrohre ersetzt worden. Mit gezogen meint man nicht die Art der Fortbewegung, die Mobilität, sondern diese Spiralen, die durchs Rohr gehen und die das Geschoss in Umdrehung versetzen. Und dadurch wird diese Kanone von einer primitiven Kugelschleuder zu einer Präzisionswaffe. Mit der Präzision, das ist das Entscheidende, steigt die Reichweite. Man kann also jetzt wesentlich weiter schießen. Dadurch entstehen neue Verhältnisse. Auch die Munition hatte sich verändert. Es waren bis dahin ja immer nur Kugeln gewesen. Was anderes konnte man aus glatten Rohren nicht verschießen. Geschosse bekommen jetzt eine ballistische Form. Sie werden zylindrisch mit gebogener Spitze und sie erhalten einen Aufschlagzünder. Es war bis dahin nicht möglich, Sprenggeschosse so zu verschießen, dass die Knallaufwahl losgehen. Das ist erst in den 1860er Jahren möglich geworden. Ballistisch, und das ist für uns das Thema wichtig, teilt sich die Artillerie dieser Zeit in drei verschiedene Geschützgattungen. Es gibt Kanonen und es gibt Mörser. Es gibt Flachfeuer, es gibt Steilfeuer. Weil man bestimmte Ziele nur von oben erreichen kann. Habitzen halten ungefähr die Mitte. Also was Sie hier im Schnitt sehen, sind natürlich Vorderlader. Aber das hat sich, diese prinzipielle Einteilung, hat sich auch nicht geändert, als die Artillerie moderner geworden ist und bis ins 20. Jahrhundert. Das sind einfach physikalische Grundlagen, die mit der sonstigen technischen Ausgestaltung des Geschützes eigentlich nichts zu tun haben. Der Landkrieg regulärer Streitkräfte teilte sich damals technisch und taktisch in zwei verschiedene Formen, den Feldkrieg und den Festungskrieg. Entsprechend war auch die Artillerie eingeteilt. Es gab Feld- und Fußartillerie. Statt von Feldartillerie hat man auch von leichter Artillerie gesprochen. Die Aufgabe von leichter Artillerie war die unmittelbare Unterstützung der Infanterie im Gefecht. Also leicht darf man sich nicht in absoluten Zahlen vorstellen, solche Begriffe wie leicht und schwer sind immer relativ zu verstehen. Im Feldkrieg, der nach damaliger Vorstellung in großen Feldschlachten im freien Gelände kulminierte und die Kriegsentscheidung herbeiführte, kam es auf Beweglichkeit an. Also auf die Fähigkeit, große Marschstrecken zurücklegen zu können, auf die Fähigkeit, kürzere Strecken auch schnell zurücklegen zu können und auf Geländegängigkeit. Geschwütze konnten damals im 19. Jahrhundert nur mit Pferden transportiert werden. Als optimale Größe für ein Gespann hatten sich sechs Pferde herausgestellt. Also mit vier Pferden war die Zugkraft zu schwach, acht Pferde konnte man nicht mehr wirksam kontrollieren und mit jedem Pferd sinkt die relative Zugleistung eines Pferdes. Also sechs Pferde waren ein relatives Optimum. Das blieb so über Generationen hinweg. Ein Pferd konnte maximal 300 Kilogramm dauerhaft bewegen. Daraus ergaben sich Gewichtsobergrenzen für das Material der Feldartillerie. Das waren Zugleichgrenzen für die ballistische Leistungsfähigkeit, denn zwischen der und dem Gewicht eines Geschützes besteht ein Zusammenhang. Also je schwerer ein Geschütz ist, desto größer ist das mögliche Kaliber, die ballistische Leistungsfähigkeit. Die Kaliber von solchen Feldgeschützen, die lagen damals um die neun Zentimeter. Das Geschützmaterial, mit dem die Deutschen 1870 den Krieg gewonnen hatten, war unmittelbar danach schon wieder überholt. 1873 hat das Deutsche Reich eine neue Feldkanone eingeführt, ein Produkt der Firma Krupp, das sich in verschiedenen Varianten international sehr gut verkauft hat. Dieses Krupp'sche Material war damals für etwa ein Vierteljahrhundert ein internationaler Standard. Die Zerstörungskraft solcher Geschütze war aber begrenzt. Gegen Feldbefestigungen, die mit Hacke und Spaten rasch zu schaffen waren, richteten solche Geschütze wenig aus. Und gegen gemauerte Befestigungsanlagen waren sie nahezu wirkungslos. Für den Kampf gegen Festungen waren größere Kaliber nötig, die gehörten zur Fußartillerie. Fußartillerie ist ein historischer Begriff, der bezieht sich auf die Zeit, als die Mannschaften bei längeren Märschen zu Fuß neben ihren Geschützen hergelaufen sind. Zum Verständnis dieser Sache, Fußartillerie trägt der Begriff an sich wenig bei. Klar definiert war die Aufgabe. Fußartilleristen sollten Festungen verteidigen oder angreifen. Der Zeitfaktor spielte dabei im Unterschied zum Feldkrieg nur eine nachgeordnete Rolle. Der Transportschwerergeschütze war langwierig, der Kampf um eine Festung nicht minder. Alle Staaten haben damals wichtige Positionen, in der Regel in Grenznähe, mit permanenten, im Frieden errichteten und nach Möglichkeit auf dem neuesten Stand gehaltenen Festungen geschützt. Um das zu verstehen, muss man wissen, wie Festungen damals funktionierten. Das klassische Festungsmodell hatte der berühmte Festungsbauer Ludwigs des 14. im 17. Jahrhundert entwickelt, Sébastien de Vauban, und die damals entwickelten Grundsätze galten noch immer. Festungen waren von einem breiten Hauptwall umgeben, auf dem die Geschütze standen. Im Wall, überhaupt in der Festung, gab es Hohlräume für Mensch und Material, vor allem für Munition, die nach damaligem Stand der Technik bombensicher waren. Die Gewölbe konnten also von den damals üblichen runden Bomben der Mörser nicht zum Einsturz gebracht werden. Bombe ist heute für uns etwas, was ein Flugzeug fallen lässt. Im damaligen Sprachgebrauch des 19. Jahrhunderts waren das solche Runden mit pulvergefüllten Projektile, die Mörser verschossen haben. Vor dem Wall war ein Graben, denn nur so war die Festung sturmsicher, also davor geschwitzt, rasch überrannt zu werden. Die gewaltsame Eroberung einer Festung war nur möglich, wenn in den Wall eine Lücke geschossen wurde, die Bresche. Dieses Problem musste der Belagerer lösen, wenn er in die Festung wollte, anders ging das nicht. Das Mittel zur Zerstörung des Walles im klassischen Festungsangriff war die 24-pfündige Kanone. Das ist ein sehr schweres Geschütz. 24 Pfund ist das Kaliber einer Eisenkugel und es entspricht einem Rohrdurchmesser von etwa 15 Zentimetern. So ein Rohr hat etwa zwei Tonnen gewogen. Das war eine sehr schwere Angelegenheit. So, um so einen Wall niederzulegen, waren zahlreiche Treffer auf ein kleines Zielfeld nötig. Den Wall hat der Angreifer aber nicht gesehen, denn vor dem Wall war eine schiefe Ebene aufgeschüttet. Das Glassy, die Oberkante von dem Glassy schnitt mit der des Walles ab. Um an den Wall hinzukommen, musste der Angreifer zunächst die Verteidigungsartillerie auf dem Wall ausschalten, während sich das Fußvolk schon langsam mit Gräben dieser Glassy-Kante oben näherte. Wenn die erreicht war, hat man dort die schweren Geschütze in Stellung gebracht und hat versucht, ein kurzes Stück von dem Wall durch direkten Beschuss einzuschießen. Das war eine Entfernung von vielleicht 50 Metern, also ein ziemlich irrer Vorgang, so schwere Geschütze eigentlich wie ein Nahkampfgeschütze auf ganz kurze Entfernung heranzuschaffen. Diese Technik, dieses Prinzip hat aber bis in die 1860er Jahre die Vorstellungen vom Festungskrieg bestimmt. Und auch so eine Festung wie Magdeburg war für diese Technik eingerichtet. 1870 gab es aber bereits den gezogenen Hinterlader, also das Präzisionsgeschütz. In Preußen war man nämlich auf die Idee verfallen, mit solchen Geschützen aus großer Entfernung die Glassy-Krone zu überschießen und den Wall zu zertrümmern, ohne ihn sehen zu müssen. Das Kampfgeschoss war jetzt eine mit Pulver gefüllte Granate, so wie vorher gezeigt, mit Aufschlagzünder. Dieses neue Geschütz, das dafür konstruiert worden ist, war die kurze 15-Zentimeter-Kanone C-70. Das war die damalige deutsche Art, Rüstungsmaterial zu bezeichnen. Denn das C steht immer für Konstruktion und die beiden folgenden Zahlen sind die Endziffern des Einführungsjahres. Eigentlich ist das Ding eine Haubitze, das gehört zu unserem Museum und ist wahrscheinlich das einzige überlebende Stück von etwa 1.000 Stück, die das Deutsche Reich damals besessen hat. Das ist viel. Also 1.000 Stück war auch für eine relativ große Armee wie das Deutsche Reich sehr eine sehr große Zahl. 1870 hat es davon aber erst sehr wenige gegeben, aber die spielten bereits eine wichtige Rolle. Die Pressure in den Walder Festung Straßburg war aus einer Entfernung von mehr als 700 Metern erzielt worden und das galt damals als unerhört. Also auch so große Entfernung. Die Franzosen dachten, dass die Deutschen regulär angreifen würden, so wie man das von Vauban gelernt hatte. Aber mit diesen Geschützen haben die Deutschen eine andere Technik angewandt und darauf waren die französischen Festungen noch nicht eingestellt. Die sind danach alle umgebaut worden. Also so ein Vorsprung, den man einmal hat, der hält nie lang. Die klassischen großen Festungen, die haben Städte umschlossen. Also so wie hier in Magdeburg, das ist ja schon mehrmals angesprochen worden. Diese enge Befestigung, die Hauptumwallung, verlor angesichts der gestiegenen Schussweiten aber an Bedeutung. Die Befestigungsanlagen wurden jetzt ins Umland hinausgeschoben mit Radien bis zu acht Kilometern. Einen durchgehenden Wall konnte man auf die Entfernung nicht mehr bauen. An seine Stelle traten jetzt kleine in sich geschlossene Festungsanlagen, Forst. Die Forster 1870er Jahre sahen alle mehr oder weniger gleich aus. Dieses didaktische Gemälde zeigt eines der letzten, die in Deutschland noch erhalten sind, das Fortprinz Karl der seinerzeitigen Bayerischen Landesfest um Ingolstadt. Das Ding gibt es also immer noch, aber es sieht nicht mehr ganz so aus. Man erkennt den Wall, den Graben und das Glacier. Diese Forst waren als Artilleriestützpunkte gedacht. Deswegen waren sie auch ziemlich hoch, um einen weiten Überblick zu gewähren. Die Walkonen rackten mehr als acht Meter über das Bodenniveau. Die Beschützer hatten vor sich eine starke Brustwehr. Untereinander waren sie durch sogenannte Traversen getrennt, die ein bestreichendes Feuer von der Seite verhindern sollten. Das kann man ganz gut erkennen, diese Traversen. Das sind diese Welle, also Erhöhungen, die auf dem Hauptfall angeordnet sind in gewissen Abständen. Sie können auch mit dem Punkt zeigen. Also, das hier sind die Traversen. Das hier ist das Glacier, das ist der Graben, der hier außen rumläuft. Und das hier sind sogenannte Grabenstreichen. Der Gedanke war der, also wenn es der Infanterie gelingt, in den Graben zu kommen, dann hätten die von hier der Länge nach beschossen werden können. So etwas Ähnliches haben sich auch hier in Ingolstadt, in Magdeburg mit der Lunette. Das ist eine ganz ähnliche Situation mit diesen breiten Kaponieren, heißen die Dinge auch, die den Wall entlang schießen können, die man aber von außen nicht sieht. Der Gedanke war also der, dass diese Grabstreichen erhalten bleiben, auch bei feindlicher Artilleriebeschießung, weil die Artillerie da nicht hinreicht. Aber das wurde dann mit der Entwicklung, mit der weiteren Entwicklung der Artillerie anders. Nach einigen Jahren hat es den Militärs gedämmert, dass die schweren Kanonen auf dem Hauptwall nicht nur eine starke Feuerkraft besaßen, das waren es, solche Geschütze waren das, sondern auch ein ausgezeichnetes Ziel darstellten, zumal sie ihre Position nicht verändern konnten. Und gegen Steilfeuergeschütze boten nach Wall und Traversen keinen Schutz mehr. Also verteilte man die Geschütze im Gelände. Zwischen und hinter den Forst, da waren sie beweglich, aufgestellt und immer schwerer zu finden. In den 80er Jahren ereilte die Festungsbauer eine zweite Hiobspost. Die Artillerie bekam neue Granaten. Die waren nicht mehr mit Schwarzpulver gefüllt, sondern mit modernen Sprengstoffen, also Produkten der chemischen Industrie. Die bisherige Überdeckung der Schutzräume, gemauerte Gewölbe mit starken Eisen- und Erdauflagen, wurden ohne weiteres durchschlagen, herkömmliche Forst in kurzer Zeit in Trümmerhaufen verwandelt. Der eigentliche Gewölbebrecher war nun ein 21 Zentimeter Mörser, der mit den neuen Granaten Wirkungen erzielte, die mit Schwarzpulver, also mit dem älteren Sprengstoff, selbst mit weit größeren Kalibern, unmöglich gewesen waren. In Preußen wurde erstmals 1870 so ein 21 Zentimeter Mörser hergestellt, der dann viele Nachkommen haben sollte. Mit diesem Kaliber ging man an die Grenze dessen, was man ohne Eisenbahn auf der Landstraße noch mit Pferden transportieren konnte und auch das war nur durch Zerlegungen Teillastung möglich. Zusammengesetzt wogen diese Dinger etwa fünf Tonnen und das schwerste Einzelgewicht waren drei Tonnen. Die Zerstörungskraft solcher Geschütze führte dazu, dass viele meinten, die Zeit der Festungen sei überhaupt vorbei. Die setzten sich aber nicht durch. Stattdessen investierte man in die Vertikaldeckung der Schutzräume, denn Stahlbeton wurde jetzt zum wichtigsten Baumaterial, anstelle von Stein, Siegel, Erde. Man wollte aber auf Artilleriewirkung aus den Forts heraus nicht gänzlich verzichten. Damals schlug die Stunde von Hermann Gruson und seiner Panzerfabrikation. Ein im Freien aufgestelltes Geschütz und seine Bedienung waren leicht verletzlich. Ein Geschütz unter einer Panzerkuppel weit weniger. Die bot guten Schutz und war bei ihrer Kleinheit nur schwer zu treffen. Protagonist dieser Entwicklung war in Deutschland Max Schumann, ein preußischer Offizier, der 1861 zur Bundesfestung Mainz versetzt worden war und dort den ersten gepanzerten Geschützstand gebaut hatte. 1866, noch vor dem Krieg, also in der Zeit des Deutschen Bundes. Schumann konstruierte 1771 versuchsweise den ersten deutschen Panzerturm. Schumann verließ 1872 aus gesundheitlichen Gründen den Dienst, beschäftigte sich aber weiterhin mit seinen Panzern und trat 1883 bei Gruson ein. Schumann war übrigens gebürtiger Magdeburger. Das neue Produkt war ein drehbarer Panzerturm für Geschütze. Seit den 80er Jahren setzten sich solche Türme im Festungsbau allgemein durch. Häufige Kaliber waren 12 und 15 Zentimeter. Erhältlich waren solche Türme auch versenkbar. Nur zum Schluss wurden sie ausgefahren, sonst zeigten sie nur ihre Kuppel. So etwas nannte man bei den Deutschen damals, Moment, Verschwindlerfette. Also es konnte verschwinden, das Ding. Die Werke hatten damit wieder eine gefährliche, weil schwierig zu bekämpfende, artilleristische Komponente erhalten. Unzerstörbar waren sie nicht, aber der Aufwand, der zur Zerstörung nötig war, der war viel größer als bei der klassischen Artillerieaufstellung. Kuppeln gab es nicht nur für Geschütze, sondern auch als reine Beobachtungsposten. Wie hier auf dem schon erwähnten Vorprinz Karl. Also diese Kuppel hat sich erhalten. Nach 1880, 1890 hat man bei Festungen im Binnenland nicht mehr viel getan, um die zu modernisieren. Die Mittel waren knapp und man hat sich deshalb die Mittel da eingesetzt, wo es wichtig war, also bei Grenzfestungen. Das wäre in Deutschland in erster Linie Metz und Straßburg gewesen. Festungsneubauten waren kleiner als die Forster 1870er Jahre, weil sie von vornherein als Stützpunkte für Panzertürme ausgelegt worden waren. Und die wurden zunehmend unterirdisch und zeigten kaum noch hohe Zielflächen. Also das hier wäre so ein Panzerfort mit diesen Türmen und das wäre so ein Aufriss. Man sieht also, dass das Ganze völlig anders aussieht wie diese Forst, die im Grunde genommen wie ein Ausschnitt aus der alten Hauptumwallung ausstehen. Das sind jetzt Werke, die einer ganz neuen Konzeption folgen. Deutschland war bei der Einführung von Panzertürmen eher spät dran. Jedenfalls waren es die kleineren Länder, die vorangegangen sind, etwa Belgien und Rumänien. Sie, Herr Professor Dullner, haben gestern erwähnt, dass der General Pryolmont 1890 einen Vortrag gehalten hat, als hier in Gruson die Produkte der Firma den internationalen militärischen Kreisen vorgestellt worden sind. Der Pryolmont war eine wichtige Figur. Das war ein belgischer General und der war im ausgehenden 19. Jahrhundert im Festungsbau eine ähnliche Autorität wie Wobon im 17. Jahrhundert. In Deutschland hat diese Ausstattung der Festung mit Panzertürmen der neue Kaiser vorangetrieben, Wilhelm II. Der hat kurz nach seiner Thronbesteigung den Grusonschen Schießplatz in Bukau besucht, was in der internationalen Militärpublizistik auch vermerkt worden ist und hat sich dort Schießversuche gegen Panzerkuppeln zeigen lassen. Gewissermaßen eine Modeerscheinung waren fahrbare Panzerlaffetten mit kleinkalibrigen Kanonen, die entweder auf Schienen oder mit Pferdezug bewegt werden konnten. 1891 wurden sie in Deutschland eingeführt. Diese mobilen Panzer und ihre 5-Zentimeter-Kanonen kamen von Gruson. Interessant ist diese Episode, weil sie Bestrebungen dokumentiert, die Feuerkraft in Festungen beweglich zu machen und damit vielleicht die klassischen, teuren, permanenten Festungen überhaupt überflüssig zu machen. Diese Kanone wäre jetzt das, was man damals ein Schnellfeuergeschütz genannt hat. Gruson hat ein ganzes Sortiment von Schnellfeuergeschützen im Angebot, aber das ist was anderes als das, was man heute unter dem Begriff verstehen würde. Also heute versteht man unter dem Schnellfeuergeschütz eine vollautomatische Waffe, die Dauerfeuer schießt. Damals waren das, was damals neu war in der Artillerie, waren das Geschütze, die Patronenmunition verschossen haben. Die erste Generation der Hinterlader musste noch dreiteilig geladen werden, also Geschoss, Treibladung und Anzündung für die Treibladung. Bei Patronenmunition war das alles in einem Stück vereinigt und deswegen konnte das Ding schneller schießen. Das nannte man damals Schnellfeuergeschütz. Gruson hat mit diesen Produkten und überhaupt mit allen Arten von Panzerungen große Verkaufserfolge gehabt. Von 1885 bis 1890 hat die Firma insgesamt 15.600 Tonnen Panzermaterial hergestellt. Bis zum 1. Juni 1905 waren das dann schon 72.500 Tonnen, die sich auf 1.854 individuelle Panzerungen verteilt haben. Gute Hälfte davon waren solche Fahrpanzer, die also ein internationaler Verkaufsschlager waren. Gruson hat damals viel publiziert. Schießversuche waren ein übliches Thema. Das wurde also nicht geheim gehalten. Das ist also in Buchform veröffentlicht worden. Das konnte jeder lesen. Die Beschriftung war teilweise zweisprachig, weil man ja international verkaufen wollte. Es geht jetzt hier bei mir allerdings nicht um Artillerie und Gruson, sondern um die Artillerie an sich. Die vielleicht wichtigste einzelne Innovation in der Artilleriegeschichte kann man auf das Jahr 1897 datieren. Damals hat Frankreich ein neues Feldgeschütz eingeführt mit sogenanntem langen Rohrrücklauf. Bis dahin waren Geschützrohre über ihre Schildsapfen starr mit der Lafette verbunden, die beim Schuss zurückrollte. Also man konnte das Rohr in der Höhe drehen, aber das konnte nach hinten nicht ausweichen, hat beim Rückschluss die ganze Lafette mitgenommen. Das brachte das Rohr aus der Richtung und verlangte jedes Mal, also nach jedem Schuss, neues Zielen. Bei der französischen Kanone lagerte das Rohr schienenartig auf einer Wiege mit einer Bremsvorrichtung, auf der es zurückgleiten konnte, wobei die Lafette unbewegt stehen blieb. Dieses Geschütz konnte jetzt noch mal schneller schießen bei Bedarf als das, was man bis dahin Schnellfeuergeschütz genannt hat. Und es war jetzt auch möglich, an den Geschützen optische Richtmittel anzubringen, wodurch die noch sehr viel besser eingerichtet werden konnten. Bei den alten Geschützen war das nicht gegangen, weil durch den Rückstoß die Linsen von einem optischen Richtmittel aus der Kittung gefallen wären. Die hätten das nicht ausgehalten. Bei dieser neuen Technik ging das aber, weil die Lafette ja ruhig stand. In Deutschland hat man noch ein Jahr zuvor, also vor Frankreich, ein neues konventionelles Feldgeschütz eingeführt, das diesen langen Rohrrücklauf nicht hatte. Die deutsche Armee und die Herstellerfirma Krupp standen damals blamiert da. Es blieb also nichts anderes übrig, als dieses Geschütz in den nächsten Jahren für den langen Rohrrücklauf umzubauen. Wenn es jemanden interessiert, die Artilleristen hier links oben, das sind Sachsen. Das erkennt man an dem Helmschild. Eine folgenreiche Organisatoren, also bei den anderen kann man es nicht sagen, weil die bloß so ihre Mütze aufhaben. Das könnten alle möglichen sein. Eine folgenreiche organisatorische Innovation geschah in den 90er Jahren in Deutschland und zwar im Rahmen der Fußartillerie. Man hatte erkannt, dass beim konventionellen Feldkrieg Hindernisse auftreten konnten, die die Infanterie nicht einnehmen und ihre leichte Artillerie nicht zerstören konnte. Das war für Deutschland wichtig, denn Deutschland wollte ja die Zweifrontenkriegssituation dadurch lösen, dass sie dieses Nebeneinander nacheinander auflösten und deswegen wollten die nicht in Kauf nehmen, irgendwo in Frankreich vor so einem Schützengräben hängen zu bleiben. Man musste ein Mittel haben, um schnell mit solchen Hindernissen fertig zu werden. Dazu benötigte man größere Kaliber und so machte man sich daran, Geschütze der Fußartillerie provisorisch für den Feldkrieg beweglich zu machen. Die vorhandenen Modelle mit ihren hohen Lafetten erwiesen sich als ungeeignet. Der Schwerpunkt war zu hoch, die konnte man schlecht fahren, sodass neue Geschütze entwickelt wurden. Um die Jahrhundertwende herum entstanden kurz hintereinander zwei schwere Feldhaubitzen, die die alte kurze 15-Zentimeter-Kanone ersetzten. Die hatten jetzt niedrige Feldlafetten. An eine Aufstellung von Geschützen hinter hohen und starken Brustwehren dachte niemand mehr. Dieses Geschütz hier unten hat gerade geschossen und das Rohr ist zurückgelaufen. Also man hat dann schon diese neue Technik übernommen. Es war das erste Rohrücklaufgeschütz in der deutschen Armee. Es war nicht so, dass nach der Einführung von so einem neuen Modell das alte verschrottet worden wäre. Das wurde für andere Zwecke zurückgestellt, magaziniert. Im Stellungskrieg hat man auch das alte Modell noch mit Nutzen verwenden können. Diese Hautpitzen bildeten eigentlich eine schwere Feldartillerie. Sie durften aber nicht so heißen, weil sie organisatorisch noch zur Fußartillerie gehörten und deswegen die Bezeichnung schwere Artillerie des Feldheeres erhielten. Das war 1914 ein großer Vorsprung, den die deutsche Artillerie hatte, denn eine vergleichbare schwere Artillerie hatte kein anderes Land entwickelt. Und es war diese Haubitze, die es den Deutschen eigentlich überhaupt nur möglich gemacht hat, im Stellungskrieg während des Ersten Weltkriegs verhältnismäßig lange durchzuhalten. Die Franzosen hatten solche Geschütze erst ab Ende 1916. Für den Kampf gegen permanente Befestigungen blieb der 21 Zentimeter Mörser weiterhin das Hauptgeschütz. Mit den plumpen Geräten des 19. Jahrhunderts war man aber nicht mehr zufrieden. Der lange Rohrrücklaufer gab jetzt neue Möglichkeiten. 1910 wurde ein hochmodernes 21 Zentimeter Geschütz dieser Art eingeführt, das offiziell schlicht als Mörser bezeichnet wurde, ohne Kaliberangabe. Das ist militärische Logik. Die hatten einen 21 Zentimeter Mörser, das war ein veraltetes Geschütz. Jetzt haben sie einen neuen eingeführt, im gleichen Kaliber. Um die beiden zu unterscheiden, haben sie bei dem neuen jetzt einfach die Zahl weggelassen. Also in der Armee hat man das gewusst. Heute kann das, wenn man liest, manchmal zu Verwirrung führen. 1914 waren von den alten Mörsern immer noch 54 Stück vorhanden und die sind so wie diese schwere Feldhabitze, die ältere, auch noch im Stellungskrieg eingesetzt worden. Von dem neuen Geschütz gab es allerdings schon 252, also wesentlich mehr, was für ein schweres Geschütz dieser Art sehr viel war. Natürlich sind das alles sehr unerfreuliche Geräte, die großen Schaden anrichten und dafür sind sie da. Den ersten spektakulären Einsatz im Ersten Weltkrieg hatten diese Geschütze bei dem Angriff auf die belgische Festung Lüttich. Und die haben auf eine ganz abgründige Weise diese belgischen Forst zur Übergabe gezwungen. Und zwar sind diese Forst nicht physisch zerstört worden, aber sie hatten so dicht das Feuer auf diese Geschütze gelenkt, dass die Explosionsgase im Zielgebiet einfach eine Giftgaswolke hergestellt haben, die dann die Belgier gezwungen haben, die weiße Fahne zu hießen. Das war so nicht vorgesehen, aber faktisch hat das Massenfeuer aus diesen Geschützen 1914 auf die belgischen Forsten Lüttich eine ähnliche Wirkung ausgeübt wie wenige Jahre später Giftgas. Wie gesagt, das war nicht der Sinn der Sache gewesen, aber das hatte sich aus dieser Gewaltkonzentration so ergeben. Gegen moderne Festungen, also was die physische Zerstörung angeht, reichten diese Dinger dann schon nicht mehr aus. Diese Grafik zeigt, wie französische Panzertürme in ein massives Stahlbetonbett eingebaut worden waren. Diese Grafik stammt übrigens aus einer deutschen Vorschrift von 1912. Das ist eine französische Stellung. Man war also übereinander vor dem Krieg schon recht gut orientiert. Als Zerstörungsmittel gegen solche Festungen hat man dann das sogenannte schwerste Steilfeuer entwickelt. Das waren streng geheim gehaltene Spezialwaffen. Dieser 30,5 cm Mörser ist in den 1890er Jahren entstanden und wurde aus Tarngründen als Beta-Gerät oder als schwerer Küstenmörser bezeichnet, obwohl er natürlich für den Landkrieg vorgesehen war. Den Abschluss bildete dieses 42 cm ungetümte dicke Bertha. Der Transport auch nur eines solchen Geschützes benötigte einen kompletten Eisenbahnzug mit zehn Waggons und die Fotos vom Zusammenbau in der Feuerstellung erinnern eher an eine Industrieanlage. Solche Geschütze hatten dann spektakuläre Einsätze, aber nur wenige, die ihrer eigentlichen Bestimmung entsprachen. Was Artillerie anrichten kann, sieht man zurzeit jeden Tag im Fernsehen. Ich möchte mit zwei Luftbildern aus dem Ersten Weltkrieg schließen. Das erste zeigt das französische vor wo in der ersten Phase des Krieges, die zweite Aufnahme, nachdem die Schlacht überhin weggegangen war. Das war also nur noch ein strukturloser Trümmerhaufen durch die intensive Artilleriebeschießung. Immerhin, das ist ein militärisches Ziel und kein Schulhaus. Also, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ganz herzlichen Dank, Herr Storz. Ich frage direkt ins Publikum. Gibt es dazu Fragen, Einladungen? Ja, bitte. Aus einer industriellen Perspektive interessiert mich, wie weit die Geschütze, die Sie uns vorgestellt haben, schon modularisiert waren. Bitte. Wie weit die modularisiert waren, also inwiefern man von einem Gerät, von einer Haubitze, ein Ersatzteil in ein anderes einsetzen kann. Das waren Sie eben nicht. Das war einer der großen Defizite der technischen Seite der Rüstungspolitik damals. Das hat man dann im Ersten Weltkrieg geändert und ist dann übergegangen zu standardisierten Konstruktionselementen, was dann zu dieser deutschen Industrienorm, DIN, also das ist Norm, wo der deutsche Industrienorm geführt hat. Der Erste Weltkrieg mit der Massenfertigung war dann der eigentliche Anstoß für diese Normierung von Konstruktionselementen. Ja, Herr Mann. Ich habe eine kurze Ergänzung. Ich habe, als ich den Aufsatz von Dräger gelesen habe, habe ich gelesen, dass das zwar noch keine Anforderung war, aber Ruson angeblich die Geschütze schon so gefertigt hat und die Auftragnehmer nicht mal wussten, dass man die Verschlussdecke beispielsweise hätten vertauschen können. Ich kann es nicht nachgucken, aber Dräger hat es zumindest so aufgeschrieben, um nochmal Rusons Genauigkeit bei der Fertigung hervorzulegen. Also die haben das damals sicher angestrebt, dass die Teile innerhalb eines bestimmten Geschütztyps austauschbar waren. Da hat man schon versucht, die Toleranzen so weit zu reduzieren, dass das möglich war. Aber was eigentlich nahegelegen hätte, dass man sowas wie Schrauben oder Räder standardisiert, das hat man nicht gemacht. Bei den Geschützen kam es aufs Gewicht an, gerade beim Feldgeschütz. Und wenn das Ding 100 Gramm leichter geworden ist, dann hat man für dieses Geschütz eine bestimmte Schraube konstruiert, die dann nur dort gepasst hat. Das war damals Optimierung. Ja, was sehr interessant ist, weil im Sezessionskrieg in Amerika genau das der Gag war an den Maschinengewehren, dass die mittlerweile schon austauschbar waren. Also 20 Jahre, 30 Jahre zuvor. Ja, das war bei Maschinen, so ein klassisches Produkt des Maschinenbaus ist die Handfeuerwaffe gewesen. Da fängt das eigentlich mit der Massenfertigung an. Und die Standardisierung, also dass man Teile austauschbar macht, das haben die Amerikaner entwickelt mit Werkzeugmaschinen von Pratt & Whitney. Die sind in Deutschland in den 1870er Jahren eingekauft worden aus den USA und sorgten für einen Qualitätssprung im deutschen Maschinenbau. Aber sonderbarerweise hat man das in der deutschen Handfeuerwaffenproduktion in den nächsten Jahren wieder vergessen. Das hat man erst während des Ersten Weltkriegs wieder gelernt, dass man 40 Jahre vorher technisch schon mal weiter gewesen war. Ich habe gelesen, dass die französische Artillerie früher einen sehr, sehr guten Ruf hatte. Genaues Schießen und so weiter. Woran hatten die ebenso gute Fabriken, die die Geschütze herstellen konnten? Oder lag das an der Bedienung? Ich glaube, französische Artillerie hatte im Ersten Weltkrieg einen Vorteil dadurch, dass die Reserveoffiziere der französischen Feldartillerie in der Regel aus den großen französischen Schulen kamen. Das waren also Zivilingenieure, die von daher dieses Geschützmaterial sehr viel besser einsetzen konnten als die deutschen Reserveoffiziere der Artillerie, die vor allem eine militärische Vorbildung hatten. Das war wohl einer der Gründe dafür, warum die Franzosen da ziemlich effektiv waren. Es war nicht das Geschützmaterial, es war der Kopf. Das war jetzt wieder eine kleine Episode des ehrenamtlichen Museumsführers. 1888, sagten Sie, war der Grundprinzip, der war ja immer zuständig dafür, die entsprechende preußische Technik abzunehmen. Der Kaiser, der Kaiser war 1890. Kurz noch da drum gesteigert. William II. Also, die standen hier in Unger auf dem Schießplatz am Armut-Tiermann-Dark, heute war noch Tiermann-Dark und Hermann-Gusern war in seinem Stand drin. Und in 15 Meter Entfernung standen die Kanonen von Krupp. Und als Brief der Kaiser oder Grundprinz, ich kenne das als Grundprinz, Herr Kommerzchen hat, kommen Sie, kommen Sie, oder wir werden Sie erschießen. Da sagt er, wenn Sie mich in meinen Stand erschießen, bin ich finanziell erschossen. Das ist die größte Frage, wenn der Kanon von der Süddelegung gefragt hat. Bei Marx-Latur 1870 gibt es diese Geschichten, dass diese berühmten Pirassierer von Halberstadt hier dort den Berg genau gestürmt sind, gegen die beiden überlegene französische Artillerie und haben sie mit barwarischen, überholten Waffen mit Lanzen dort besiegt. Also aus dem VI. Krieg gegen Frankreich, ist da eine Überlegenheit, eine technische, auch der französischen Artillerie, die da bei dieser Marse-Latur-Schlag drin war? Also im 70er-Krieg war die deutsche Artillerie eindeutig besser als die französische, auch technisch. Die Franzosen waren damals vielleicht eine Generation zurück, denn die hatten nur ihre Vorderlader, entgezogene Geschütze sozusagen umgebaut, aber die hatten noch nicht die Rückladung und es waren noch eine Reihe anderer Defizite. Einer der Gründe war das verwendete Material. Die deutschen Geschütze waren schon aus diesem Gruppstahl gebaut. Ich meine jetzt aber nicht den Mythos, sondern einfach einen hochwertigen Tiegelgussstahl, den damals nur Grupp und einige andere deutsche Werke herstellen konnten. Es gibt einige so Kavallerie-Attacken, also Massenangriffe von Reitern im 70er-Krieg von beiden Seiten, die hinterher in der Traditionspflege der Kavallerie eine ganz wichtige Rolle gespielt haben, aber verkehrt rum. Also eigentlich hätten die lernen müssen, so geht es nicht mehr. Stattdessen haben die das als Möglichkeit gesehen, sich auch im modernen Gefecht noch einzubringen, obwohl sie da schon längst keine Rolle mehr gespielt haben. Wie gesagt, solche Opferritter gab es auf beiden Seiten und auf die war man hinterher besonders stolz. Wir reden hier von einer Zeit mit einer anderen Mentalität, das muss uns klar sein. Gibt es weitere Wortmeldungen? Noch ein Beispiel für die Realität. Auf dem Schiffkappers in Bulgarien hat ja der Krieg stattgefunden zwischen Bulgarien und Russen als Freunde gegen die Toten. Und auf dem Schiffkappers sind zwei Reihen von Kanonen aufgestellt. Den einen steht dran auf Essen und auf dem anderen auf Wacken. Den einen haben die Türken gehabt und den anderen von der Kanonen betraten die Russen und die Russen. Also die Türken und die Russen hatten beide per Grupp eingekauft. Also das konnte er auch wieder haben. Danke. Ganz herzlichen Dank. Dann kommen wir zum nächsten Vortrag von Herrn Prof. Dr. Ralf Stremmel. Ich möchte ihn auch wieder zunächst kurz vorstellen. Ralf Stremmel hat Geschichte und allgemeine Literaturwissenschaft und Wirtschaftswissenschaft in Siegen studiert und war an der dortigen Universität von 1987 bis 1994 wissenschaftlicher Mitarbeiter. 1990 wurde er zum Doktor der Philosophie promoviert, war von 1994 bis 2002 wissenschaftlicher Referent im Westfälischen Wirtschaftsarchiv in Dortmund. 2003 habilitierte er sich für das Fach Neuere und Neueste Geschichte an der Universität Siegen. Seit 2003 leitet er das historische Archiv Grupp in Essen. Seit 2008 ist er außerdem außerplanmäßiger Professor an der Ruhr-Universität in Bochum. Ich bin mir sicher, für das Thema für unsere heutige Tagung hätten wir da keinen besseren Referenten finden können. Ich freue mich und bin besonders gespannt auf seinen Vortrag. Herzlich willkommen. Vielen Dank, Herr Martins, für die freundlichen Worte. Meine sehr geehrten Damen und Herren, mit diesem Vortrag hätte ich mir ohne Zweifel den heiligen Zorn von Alfred Krupp zugezogen, denn einen Vergleich mit Hermann Gruson hat Alfred Krupp sich strikt verbeten, weil das ihn und seine Firma geradezu degradiere. Ich setze mich heute entspannt über dieses Verdikt von Alfred Krupp hinweg, weil ein Vergleich ja Erkenntnisfortschritte bringt. Ein Vergleich kann zu einem präziseren Verständnis dieser beiden Unternehmerpersönlichkeiten beitragen. Meine These ist, sie waren Konkurrenten, konnten sich persönlich nicht leiden, hatten aber als Unternehmer trotz gewisser Unterschiede viel mehr gemein, als ihnen selbst bewusst waren. Alfred Krupp und Hermann Gruson verband eine schwierige und zugleich sehr lange Vergangenheit, in der sie deutsche Wirtschaftsgeschichte wesentlich mitgeschrieben haben. Beiderleben erzählt manches über Voraussetzungen und Merkmale der Industrialisierung im 19. Jahrhundert. Woher kamen diese Männer eigentlich? Was verbannt sie? Was machte ihren Erfolg aus? Wie repräsentativ sind sie für den Typus von Unternehmern in der Industrialisierung? Inwiefern sind sie Industriepioniere? Diesen Fragen will ich in meinem Vortrag nachgehen, ohne endgültige Antworten präsentieren zu können. Und manches wird These, wird Behauptung, wird Idee bleiben. Auch deshalb, weil die Forschungssituation, das ist in manchen Vorträgen ja schon angeklungen, letzten Endes nicht sehr gut ist. Zu Hermann Gruson ist wissenschaftlich wenig und nichts vertiefend gearbeitet worden. Und auch zu Alfred Krupp fehlt eine moderne wissenschaftliche Biografie, eine umfassende Biografie. Bereits das erste Aufeinandertreffen der beiden Männer stand unter keinem guten Stern. Wir schreiben das Jahr 1849. Gruson arbeitete als angestellter Maschinenmeister in Berlin bei der Berlin-Hamburger Eisenbahngesellschaft und diese bestellte zwei Gussstahlachsen bei Krupp. Mindestens eine davon ließ Gruson dann bei einem Konkurrenten-Krupps, dem Karlswerk in Eberswalde, testen. Diese Tests waren für die Essener Firma wenig schmeichelhaft. Das Karlswerk machte die Resultate öffentlich. Krupp reagierte mit einer Gegendarstellung, in der auch Gruson angegriffen wurde, und schlug eine umfangreichere Prüfung vor einer Jury aus Experten vor. Diese fand dann schließlich Februar, April 1850 in Berlin statt und zu diesen Experten gehörte, etwas kurios, weil er eine Doppelrolle hatte, auch Hermann Gruson. Was stellte sich heraus? Krupps Achsen waren tatsächlich qualitativ nicht besser als andere Fabrikate, eher schlechter, und Gruson hielt an seiner Skepsis im Hinblick auf das Krupp'sche Fabrikat fest. Das vergaß ihm Krupp nie, obwohl er zwei Jahre später erneut mit Gruson aufeinandertraf und anschließend, Sie sehen hier den Brief, nach Hause schrieb, gestern mit Gruson Freundschaft gemacht. Doch diese angebliche Freundschaft hielt nicht lange. Tatsächlich war Krupp äußerst nachtragend und ließ es eigentlich zeitlebens an Anerkennung für die Lebensleistung von Hermann Gruson fehlen. Umso mehr, je stärker das Gruson-Werk eine ernstzunehmende Konkurrenz für Krupp wurde, gerade im Rüstungsgeschäft. Krupps Sortisen über Gruson waren Legion. Grusons Firma, meinte der Essener Industrielle einmal selbstgerecht, könne nur, ich zitiere, Schund ohne Dauer liefern. Krupp sah also in Gruson einen Widerpart, der nur dank Täuschung, dank einflussreicher Gönner und trickreicher Kommunikation im In- und Ausland Erfolge erziele, aus seiner Sicht scheinbare Erfolge. Er, Gruson, könne, ich zitiere wieder Alfred Krupp, intrigieren, sich bereichern, stehlen. Tatsächlich jedoch kam Krupp mit seinen eigenen Konstruktionen gegen Grusons Panzertürme aus Hartguss nicht an. Man wüsste im Gegenzug übrigens gern, was denn eigentlich Hermann Gruson über Alfred Krupp wirklich dachte. Doch dazu fehlen leider Quellen, dazu sind bislang keine Äußerungen bekannt. Wenn man sich sein Kondolenztelegramm nach dem Tod von Alfred Krupp 1887 anschaut, dann fällt das eher nüchtern aus und wirkt pflichtschuldig. Zutreffend ist also zu lesen, Krupp sei nie Grusons Freund gewesen, die beiden hätten gar nicht zusammengepasst. In der Tat, von seinem Charakter her war Gruson ein Familienmensch. Charmant, frohsinnig, heute würde man ihn wahrscheinlich kommunikativ nennen. Er ist in der Literatur auch mal als Künstler in Natur bezeichnet worden. Er besaß, wir haben das mehrfach gehört in den Vorträgen, weit gespannte Interessen über das Unternehmerische hinaus, begeisterte sich eben schon als junger Mann für die Botanik, baute die Gewächshäuser, widmete sich mit wissenschaftlichem Anspruch der Erforschung und Zucht von Kakteen. Eine Gattung einer Art wurden nach ihm benannt. Interesse für Astronomie gipfelte in einem Buch über Lichtphänomene. Krupp dagegen tendierte zum Misanthropen. Er war zutiefst misstrauisch, seine Ehe verlief unglücklich, dem Sohn traute er wenig zu. Ja, fast bis zur Egozentrik war er auf sich selbst bezogen und vor allem immer auf die Firma konzentriert. Darum, um diese Firma, kreiste letztlich sein ganzes Denken. Das brachte ihm Erfüllung und Befriedigung. Ruson dagegen hatte ja sozusagen auch ein Leben jenseits der Fabrik. Das mag eine kleine Geschichte illustrieren. Auch wenn sie vielleicht nur Anekdote ist, sie erzählt doch einiges an historischer Wahrheit. Also, wie geht die Geschichte? Hermann Ruson schickt einen Angestellten nach Italien in den Kriegshafen La Spezia, wo es ein Projekt der Firma zu beaufsichtigen gilt. Der Angestellte kehrt zurück nach Magdeburg, spricht mit Hermann Ruson und Hermann Ruson fragt, wie ihm denn Rom gefallen habe. Rom, antwortet der Mann, er habe überhaupt keine Zeit gehabt, sich Rom anzuschauen. Darüber ist Hermann Ruson empört, bricht das Gespräch ab. Alfred Krupp hätte wohl ganz anders, hätte entschieden anders reagiert und den Mitarbeiter hochgelobt, weil der sich ja augenscheinlich ausschließlich auf das Geschäft konzentriert hatte und keine Idee hatte, sich von den Kunst- und Kulturschätzen Roms in Anspruch nehmen zu lassen. Wenn man so will, Gruson war ein, ja man kann sagen, vollständigerer Mensch, ein ganzheitlicher Mensch. Auch sowas mag das zeigen, das ist vielleicht die erste Medaille, die Gruson bekommen hat, eine Medaille als Lebensretter 1846. Er hat jemand vor dem Ertrinken bewahrt und der preußische König erkennt das an mit dieser Medaille. Dass Gruson ein vollständigerer Mensch war, das mag unter anderem auf seine fundiertere Bildung und fundiertere Ausbildung zurückzuführen sein. Mit Abiturreife, dem einjährig freiwilligen Militärdienst, dem Besuch Natur- und Technikwissenschaftlicher Lehrveranstaltungen an der Berliner Universität und der praktischen Qualifikation in mehreren Industriebetrieben. Rupp dagegen musste nach dem frühen Tod des Vaters schon als 14-Jähriger die Schule abbrechen und trotz seiner Jugend unternehmerische Verantwortung tragen. Er war in vielerlei Hinsicht also Autodidakt. Soweit die Unterschiede. Bei all diesen Unterschieden, trotz all dieser Unterschiede, sind doch auch starke Gemeinsamkeiten festzustellen. Beide waren Preußen und beide hatten, wenn man jetzt einen modernen Begriff wählen will, beide hatten einen Migrationshintergrund, waren Nachkommen von evangelischen Glaubensflüchtlingen. Krupps Familie war im 16. Jahrhundert aus Flandern, aus den Niederlanden eingewandert. Grousons Familie war ebenfalls ursprünglich mal in Flandern beheimatet, dann nach Frankreich gegangen und im 17. Jahrhundert nach Magdeburg gekommen. Ob nun dieses Schicksal der eigenen Familie, der Vorfahren in Alfred Krupp und Hermann Grouson einen besonderen Ehrgeiz weckte, den besonderen Wunsch nach Freiheit und Selbstständigkeit förderte oder den Blick für das Internationale, das mit und gegeneinander der Völker schärfte, das sei mal dahingestellt. Jedenfalls spielte all das, Ambition, Ehrgeiz, der Drang nach Selbstständigkeit wie das Internationale in ihrer Biografie eine sehr wichtige Rolle. Beide, eine weitere Gemeinsamkeit, wuchsen in bürgerlich wohlhabenden Verhältnissen auf, machten also keine amerikanischen Karrieren, vom Tellerwäscher zum Millionär. Kruppsvater Friedrich stammt aus einem alteingesessenen Handelshaus und gründet mit diesem Erbe aus dem Handel 1811 eine Gussstahlfabrik. Grousons Großvater ist handwerklich unternehmerisch tätig, sein Vater Louis zunächst Ingenieuroffizier, dann leitender Angestellter in einer Eisenbahngesellschaft. Mit diesem gesellschaftlichen Hintergrund stehen beide, Alfred Krupp und Hermann Gruson, entgegen der landläufigen Vorstellungen stellvertretend für die große Mehrheit der Unternehmer während der Industrialisierung. Sie brachten Kapital mit, sie brachten Erfahrung, Wissen und Netzwerke mit. Wenn man ein Wort des französischen Soziologen Pierre Bourdieu aufgreifen will, dann verfügten sie über einen bestimmten Habitus. Ich will sagen, ein eingeübtes gesellschaftliches Auftreten, ein spezifisches Denkmuster und Wertegerüst, das mit Prinzipien wie Fleiß, Ambition, Selbstvertrauen, Disziplin, Ordnungssinn, Energie, Vernunft umschrieben werden kann, vor allem auch mit Fortschrittsglaube, Fortschrittsoptimismus. Sie waren eben keine gesellschaftlichen Außenseiter oder Newcomer, sondern qua Geburt Teil der bürgerlichen Gesellschaft. Denken Sie an das, was Professor Hedling einleitend zu dieser Tagung erzählt hat. Sie akzeptierten die Konventionen dieser bürgerlichen Gesellschaft, auch die Klassenstrukturen ihrer Zeit, lebten diese letzten Endes auch später in den großbürgerlichen Willen, die Sie hier sehen. Dieses bürgerliche Rollenverständnis betrifft auch ihre eigene Person, die Rolle als, ja, das Selbstverständnis, als starker patriarchalischer Mann das Leben in einer bürgerlichen Familie und in einer bürgerlichen Ehe. Trotz gewisser Abweichungen von der Norm, die man auch feststellen kann. Hermann Gruson heiratet in zweiter Ehe eine 32 Jahre jüngere Frau. Alfred Krupp lässt sich quasi scheiden, hat ein voreheliches Kind. Sowohl Gruson als auch Krupp waren strikte Verfechter einer Arbeits- und Leistungsethik. Wer sein Leben nach diesen Maximen ausrichtete, den schätzten sie, wer das nicht tat, den verachteten sie. Dementsprechend war Industrie das Lebenselixier und der Wirkungskreis, auch wenn Gruson, wie oben beschrieben, noch andere Interessen hatte. Der eine Krupp hauptsächlich, der andere Gruson fast hauptsächlich, fand Erfüllung in der Existenz als Unternehmer. Beide kümmerten sich hier ums letzte Detail. Beide fühlten sich persönlich für alles verantwortlich und sie verzichteten darauf, sich in der Kommunal- oder gar Landespolitik intensiv zu engagieren, verzichteten darauf, Ämter in der örtlichen Handelskammer zu suchen oder zumindest bei Krupp Teil des geselligen lokalen Vereinswesens zu sein. Das heißt wohlgemerkt nicht, dass sie sich völlig abkapselten von der örtlichen Gesellschaft. Dafür haben wir auch Beispiele gehört. Sie führten ein großes Haus, sie hatten Gäste, sie hatten Netzwerke, aber sie strebten keine Ämter außerhalb des Industriellen an. Eine weitere Gemeinsamkeit. Gruson und Krupp gehörten einer relativ klar umrissenen Alterskohorte an. Das sind jene, die um 1820 geboren wurden. Die waren zu jung, um die napoleonischen Kriege miterlebt zu haben und sie waren gewissermaßen Kinder einer Sattelzeit. Das ist ein Begriff von Reinhard Koselleck. Also einer Epoche, in der sich Zeiterfahrungen und Erwartungsräume veränderten. In der ganz neue Begriffe aufkamen. In der Traditionales auf Modernes prallte. In ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Kontexten. Hier stieß Aufbruch auf Bewahrung in dieser Zeit. Denken Sie politisch an die Ideen von Freiheit, Liberalismus, Nation, die auf den Beharrungswillen auch die Unterdrückungsmechanismen der älteren autokratischen Führungseliten trafen, die für bleierne Restauration und Polizeistaat standen. Ein solches Aufeinanderprallen zwischen Tradition und Moderne, das sehen Sie natürlich auch im Ökonomischen. Hier die altüberkommene Agrar- und Ständegesellschaft, das Zunftwesen, dort neue Fabriken und progressive Industrie. Wenn ich das jetzt sehr überspitze, dann könnte ich sagen, auch mit dem Blick auf andere Beispiele, dass diese um 1820 Geborenen gewissermaßen eine Generation der Revolutionäre waren. Sie sehen ja ein paar Namen. Wer gehört zu dieser Generation der Revolutionäre? Eben nicht nur Alfred Krupp und Hermann Gruson. Da ist in der Industrie Werner Siemens zu nennen, in der Politik Karl Marx, Friedrich Engels, Otto von Bismarck, die Frauenrechtlerin Luise Otto Peters, in der Sozialpolitik Friedrich Wilhelm Reifeisen, in der Kunst mögen Sie an Richard Wagner, Franz Liszt oder Theodor Fontane denken, in der Medizin an Rudolf Viecho. Das verstehe ich unter Generation der Revolutionäre. Erfolg stellte sich für diese Revolutionäre nicht sofort und nicht schnell ein. Krupp benötigte zehn Jahre, um die hochverschuldete, damals noch winzige Firma des Vaters in die Gewinnzone zu führen und weitere 15 Jahre, bis sie dann rasant zu einer der größten Firmen Europas wuchs. Auch Gruson brauchte Durchhaltewillen, brauchte Energie und Selbstbewusstsein. Fehler und Rückschläge mussten verkraftet werden. Beide Industriele mussten auch imstande sein, Sackgassen zu erkennen und diese Sackgassen wieder zu verlassen. Das heißt also, Erfolgloses aufzugeben. Im Fall von Gruson war das beispielsweise der Bau von Schiffen, um dann Neues zu wagen. Sie waren beide, glaube ich, im Sinne des Nationalökonom Josef Schumpeter, schöpferische Zerstörer. Das ist eigentlich ein Wesenszug vieler erfolgreicher Unternehmer, die schöpferische Zerstörung, die Rastlosigkeit. Was aber Krupp und Gruson aus der Masse der Unternehmer, auch aus der Masse schöpferischer Zerstörer heraushebt, ist, dass sie recht eigentlich Multiunternehmer waren. Das heißt, dass sie Talente auf ganz unterschiedlichen Feldern hatten, die sie kombinierten. Sie ragten weit über den reinen Techniker oder Konstrukteur hinaus. Sie erfanden innovative Werkstoffe und Produkte. Bei Krupp war das beispielsweise die Gussstahlkanone. Es war aber auch die Besteckwalze. Es war vor allem der nahtlose Eisenbahnradreifen. Bei Gruson, klar, war es in Sonderheit der Hartguss mit all seinen Anwendungsgebieten im zivilen und im militärischen Bereich. Sie entwickelten diese innovativen Produkte zur Marktreife. Sie organisierten, das kam hinzu, einen profitablen Absatz. und zwar schon in internationalen Aktionsräumen. Also gewissermaßen Globalisierung vor der Globalisierung. Gleichzeitig schafften sie es immer, Kapital für ihre Ideen zu mobilisieren. Sie sicherten also die Finanzierung und gewannen Vertrauen. Daneben ein weiteres, vielleicht eines der wichtigsten Dinge. Sie waren Meister der Kommunikation und sie waren gewissermaßen ihre eigenen erfolgreichen Verkäufer. Krupp, ebenso wie Goson, beteiligte sich früh an Weltausstellungen. Man erwarbte auch Medaillen. Man setzte auf ganz moderne Medien der Kommunikation und das war damals die Fotografie. Krupp ist vermutlich weltweit der Erste, der eine eigene Werksfotografie gründet, 1861 nämlich. Und dort entstehen diese großformatigen Panoramen, die Sie hier sehen. Elf Jahre später tat es im Gruson dann gleich, vielleicht, wahrscheinlich als Zweiter in Deutschland. Das ist das moderne, ja, man kann schon sagen, High-Tech-Medium des 19. Jahrhunderts, die Fotografie. In all dem, was sie taten, ließen es die beiden Männer nicht an Selbstbewusstsein fehlen. Sie ließen es auch nicht an Härte fehlen. Härte gegen sich selbst und andere. Mehr noch, sie verfügten über Charisma. Eine im Sinne Max Webers außeralltägliche Persönlichkeit, die andere in den Band zieht, in den Band schlägt. Das heißt, sie begeisterten sich selbst und andere. Sie rissen Menschen mit. Sie konnten andere auf sich verpflichten und waren imstande, Netzwerke zu knüpfen, die sie dann im Krisenfall auch auffingen. Krupp ist 1873 in einer existenziellen Krise. Ihn fangen dann Netzwerke auf, die er in den Jahrzehnten vorher aufgebaut hatte. Netzwerke in die Politik, Netzwerke in die Finanzwelt. Auch in ihren unternehmerischen Strategien ähnelten sich Krupp und Gruson. Es ging beiden um Produkte hoher Qualität, die sie zu ebenso hohen Preisen absetzen konnten. Teuer und gut, das war explizit Grusons Devise. Und sie setzten nie auf nur eine Produktlinie, sondern sie hatten zwei Standbeine. Eines im militärischen, das andere im zivilen Bereich. In heutiger Sprache heißt das, Leitidee war bei beiden so etwas wie ein diversifizierter Technologiekonzern. Dazu gehörte letzten Endes auch der Schritt zum vertikalen Ausbau der Unternehmen. Das heißt, die Angliederung von Rohstoffbetrieben, Eisenerzgruben, Kohlezechen und der Gang in die Weiterverarbeitung zu Fertigwarenbetrieben. Das gelang bei Krupp alles sehr gut seit den 1860er Jahren, während es dann doch bei Gruson nicht mehr als tastende Versuche in diese Richtung gab. Meine Damen und Herren, ich will hier keine Heldenverehrung betreiben. Dass Gruson und Krupp sich durchsetzten, dass sie mit ihren Unternehmen Erfolg hatten, das hat nicht allein mit ihren Persönlichkeiten, mit ihnen selbst zu tun, sondern auch mit Zufall und mit Glück. Das Phänomen der Kontingenz, wie das etwas abgehoben heißt, das wird eigentlich in der Geschichtsschreibung, in der Geschichtswissenschaft zu wenig gewürdigt. Beider Erfolg beruhte zudem auf Mitarbeitern, auf hochqualifizierten und vor allem auch loyalen Mitarbeitern. Und vor allem beruhte Erfolg auf der Gunst der Zeit. Die Industrialisierung schuf ja erst die Märkte, die dann aufnahmefähig waren für die neuen Produkte, die sie entwickelten. und die Idee vom Nationalstaat mit allen damit verbundenen Konflikten und Kriegen steigerte, so traurig das vielleicht auch ist, die Nachfrage nach Geschützen, Geschossen und Panzerbefestigungen immens. Man kann durchaus sagen, dass Krupp und Gruson in ökonomischer Hinsicht Revolutionäre waren. In politisch-gesellschaftlichen Fragen gilt das sicher nicht. Da würde ich sie eher als Traditionalisten mit konservativer Grundhaltung bezeichnen. Aber auch das im Übrigen typisch für die Mehrzahl der Unternehmer in der Epoche der Industrialisierung. Vielleicht nicht nur in der Epoche der Industrialisierung. Das heißt, ihr Denken ist eigentlich auf den Schutz und die Bewahrung der Monarchie und des autoritären Staates ausgerichtet. An der Vorherrschaft der adelig-bürgerlichen Eliten in diesem Staat wollte keiner von ihnen rütteln. Und den Aufstieg der Sozialdemokratie, wir haben heute schon mehrfach darüber gehört, diesen Aufstieg wollten beide verhindern. Der Staat honorierte diese loyale Haltung mit hohen Titeln und Orden. Sowohl Alfred Krupp wie Hermann Gruson trugen den Titel eines geheimen Kommerzienrates und freuten sich, Sie sehen das hier, über Besuch aus dem Herrscherhaus. Dass beide von gesellschaftlichem, von sozialem Verantwortungsgefühl geprägt waren und einen Blick für die soziale Frage hatten, das führte in beiden Fällen zu Gruson, hat Herr Neumann schon etwas erzählt, das führte in beiden Fällen zu einer sehr ausgedehnten Sozialpolitik mit mindestens Unterstützungskassen. Im Fall Krupps auch mit Wohnungsbau und zahlreichen anderen Einrichtungen. Solche Initiativen, auch das muss man klar sagen, waren allerdings nicht, vielleicht nicht einmal in erster Linie humanitär oder altruistisch motiviert, sondern sie gehorchten auch einem sehr rationalen betriebswirtschaftlichen Kalkül, sprich qualifizierte Facharbeiter an den Betrieb zu binden, indem man ihnen mehr bietet als den üblichen Lohn. Die Konzepte eines Krupp oder eines Grusons zur Lösung der sozialen Frage waren immer patriarchalisch. Sie wollten Herr im Hause, wie das damals hieß, bleiben. Aber als väterliche Chefs fühlten sie sich eben auch zutiefst verantwortlich für ihre Mitarbeiter, verlangten im Gegenzug indes Loyalität und politische Enthaltsamkeit. Mit diesem Konzept hatten sie beide zu Lebzeiten bis auf die eine Ausnahme 1859 bei Gruson Erfolg. Sie konnten eben Streiks, Revolution und Umsturz verhindern. Das heißt, ihr Ziel, so etwas wie ein Gemeinschaftsgefühl, Solidarität zwischen unten und oben, vom Tagelöhner über den Direktor bis hin zum Firmeninhaber zu schaffen, das erreichten sie mindestens teilweise. Man müsste in diesen Fragen viel mehr, als das bisher in der Forschung geschehen war, vergleichend vorgehen. Was heißt gesellschaftliches Verantwortungsgefühl? Welche Summen sind eigentlich investiert worden in Relation zu den Gewinnen der Unternehmen? War das viel oder war das wenig im Vergleich mit anderen Unternehmen? Dazu gibt es bislang noch keine Arbeiten, das ist ein Forschungsdesiderat. Ich will vielleicht noch ein paar Worte verlieren über Unterschiede im Erfolg. Am Ende erwies sich Krupp, obwohl das Gruson-Werk hier eine solche Ausdehnung erreichte, wie Sie sie auf dem Bild sehen, am Ende erwies sich Krupp materiell als weitaus erfolgreicher und seine Firma, nicht die von Gruson, stieg zum größten deutschen Unternehmen auf. Als Alfred Krupp 1887 starb, da beschäftigte er gut 20.000 Personen, etwa 13 Mal so viel wie Gruson und der Umsatz war rund sechs Mal höher. Das heißt, ich überspitze jetzt nur ein wenig, am Ende konkurrierten dann ein Weltkonzern und ein großer, bedeutender Mittelständler. Warum kam es zu diesem unterschiedlichen materiellen Erfolg? Auch darüber ist wenig gearbeitet worden, ich kann Gründe mehr thesenhaft anreißen. Es ist vollkommen klar, Gruson startete Jahrzehnte später als Krupp, vielleicht zu spät, um Konkurrenten noch zu überholen und eine lange Zeit war er eben nur Angestellter, war auch kein Firmenerbe wie Krupp, sondern Gründer, der manches sich selbst erarbeiten musste, aus eigener Kraft aufbauen musste. Vielleicht hängt der unterschiedliche Erfolg aber auch mit höheren Margen der Produkte zusammen. Das müsste man näher untersuchen. Man könnte auch den geografischen Faktor einbeziehen, war das Ruhrgebiet vielleicht der vorteilhaftere Wirtschaftsraum in der Industrialisierung. Ich habe jetzt sehr auf die materielle Seite abgehoben, aber das greift natürlich zu kurz, wenn man sich mit Krupp und Gruson beschäftigt. Die geschichtswissenschaftliche Forschung hat zu Recht wiederholt darauf hingewiesen, dass Familienunternehmer, und beide sind Familienunternehmer, nicht allein, nicht einmal in erster Linie auf Geld und Gewinn aus sind. Ihre eigentlichen Ziele transzendieren, das Materielle. Das heißt, oft geht es ihnen um ein Vielgenerationenprojekt, also um den Aufbau unternehmerischer Dynastien. Und Krupp mit einer gewissen Hybris hat dabei nichts anderes im Blick als schlicht und ergreifend die Ewigkeit. Im schwebten testamentarische Regelungen vor, ich zitiere ihn, für alle meine Erben und Nachfolger auf ewige Zeiten. Bei Gruson liegt der Fall Verworrene. 1886 wird aus dem Familienbetrieb eine Aktiengesellschaft. Ob das nur, wie in der Literatur häufig zu lesen ist, wegen des Kapitalbedarfs geschah, oder nicht auch innerfamiliäre Gründe, die mit der Person des Nachfolgers und Sohnes von Hermann Gruson zu tun hatten, das bedürfte weiterer Forschung. Für Gruson heißt es jedenfalls, sich in dieser Zeit von dem Gedanken zu verabschieden, eine unternehmerische Dynastie zu gründen, sein Lebenswerk in der Familie zu erhalten. Ganz am Ende seines langen Lebens muss er dann mit ansehen, wie sein Unternehmen aufgekauft wird, noch dazu von der Firma Krupp. Emotional mag ihn das tief getroffen haben, doch der Verstand sagte ihm, dass auf diesem Weg eine Lösung gefunden war, die den Fortbestand des Werks in Magdeburg sicherte. Deshalb billigte er nicht nur den Plan, sondern er teilte dem neuen Eigentümer Friedrich Alfred Krupp, dem Sohn seines Weggefährten Alfred Krupp, mit. Er halte diesen Schritt für einen Schritt der Notwendigkeit. Der 39-jährige Krupp-Sohn drückte dem um so vieles älteren Hermann Gruson öffentlich seine Wertschätzung aus, man traf sich persönlich und tauschte sich aus. Vielleicht zog Gruson daraus ein Gefühl der Genugtuung für die langen Jahre der Dissonanzen mit Alfred Krupp. Ein Gefühl der Genugtuung nach den langen Jahren der Dissonanzen mit Alfred Krupp. Also ein versöhnlicher Schluss, fast wie im Märchen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ganz herzlichen Dank, Herr Professor Stremmel. Ich gebe wieder die Frage in die Runde, wer sich zu Wort melden möchte, Fragen stellen möchte, Anmerkungen. Gar niemand? Für mich war höchst interessant eine Abbildung, die den Lageplan der Gewächshäuser an seiner Villa zeigt, denn sowas haben wir hier in unserem Archiv nicht. Das werde ich dann gleich nochmal aufgreifen. Da ist eine Wortmeldung, bitte. Gerade zu dieser Zeit in den 80er Jahren traten ja die Unternehmerpersönlichkeiten in Deutschland auch zuerst als Sportförderer auf. Haben Sie dort etwas gefunden, das Krupp oder eventuell auch Krusern Bruderverein oder Sportverein finanziell unterstützt hat? In dieser Zeit nicht. Bei Krusern wüsste ich nicht, dass es zu Sportförderungen gekommen ist, aber da werden die Markteburger Experten mich wahrscheinlich eines Besseren belehren. Im Fall von Krupp war es die nächste Generation, also unter Friedrich Alfred Krupp wird recht intensiv Sportförderung getrieben. Friedrich Alfred Krupp ist dann einer der Mitgründer des Essener Turn- und Fechtclubs E-Tuf, den es bis heute gibt. Das ist aber eine Entwicklung der 1890er und frühen 1900er Jahre. Ich habe nur eine Anmerkung, das Krupp Grusernwerk hat einen Betriebs Tornverein gegründet, das geschah aber nach dem Tod von Grusernwerk. Ja, also das Sporttreiben als Betriebssport, das ist in der Tat eher eine Entwicklung, die dann verstärkt in den 1920er Jahren, also in der Weimarer Republik einsetzt. Meine Damen und Herren, wir befinden uns auf der Zielgerade. Ich denke, wenn die folgende Sektion durch ist, je nachdem, wie Sie da noch durchhalten, können wir dann vielleicht noch ein bisschen ausführlicher auf Fragen eingehen, aber ich finde es auch fair gegenüber den nachfolgenden Referenten, dass die nicht ganz zu sehr ins Abseits kommen. Es ist mir jetzt eine Freude, wieder hier zu stehen und meinerseits wieder einen Referenten ankündigen zu dürfen, nämlich Dr. Martins, der mit mir zusammen und den vielen, vielen Helfern, die ich schon erwähnt habe, eben auch diese Tagung organisiert hat. Ich will Ihnen auch kurz hier gebührend vorstellen. Herr Martins ist geboren und aufgewachsen in Neubrandenburg, hat von 1993 bis 2000 Biologie in Rostock, Uppsala und Jena studiert. Von 2000 bis 2001 war er Projektmitarbeiter mit Forschungsaufenthalt in Benin, Westafrika, noch so eine spannende Station, an der ich noch nie gewesen bin. Die Promotion erfolgte 2006 in systemischer Botanik an der Universität Jena. Von 2007 bis 2009 war Akustos am Hebrarium, Botanischer Garten und Botanisches Museum in Berlin-Darlem und seit 2010 ist er wissenschaftlicher Leiter der Gruson-Gewächshäuser Magdeburg. Dr. Martins, Sie haben die Brücke. Herzlichen Dank. Ja, mich interessiert ein ganz anderer Aspekt von Hermann Gruson, seine Pflanzensammlung, mit der ich ja nur tagtäglich arbeite. Ich möchte erst mal kurz darstellen, was wir überhaupt wissen über die Sammlungen zu Lebzeiten Grusons. Kurz erläutern, woher seine Leidenschaft kommt oder kommen könnte für die Pflanzen. Dann, wonach er überhaupt festgelegt hat oder ausgewählt hat, welche Pflanzen er sich nur eigentlich als Sammlung anlegen möchte. Seine Sammlung ein bisschen in den Kontext stellen, wie sie von anderen Sammlern oder von seiner Umgebung wahrgenommen wurde. Wo bekommt man im 19. Jahrhundert überhaupt solche exotischen Pflanzen her? Das ist ein spannendes Thema. Und kleinen Ausblick, Rückblick, wie es nach Grusons Tod mit der Sammlung weitergegangen ist und was wir davon heute noch haben. Jetzt nehme ich mal den und hoffe, dass das jetzt geht. Jawohl. Ganz kurz. Als Einstieg habe ich eine sehr bildhafte Beschreibung der Grusons Sammlung gefunden in einem Bericht über die Jahreshauptversammlung der Gesellschaft für Kakteenfreunde 1894 hat sie in Magdeburg stattgefunden mit einer Exkursion in die Gruson Gewächshäuser. Ich zitiere Bukau. Dort, wo Herr Geheimer Kommerzienrat Gruson eine Pflanzensammlung hegt und pflegt, wie sie einzig in der Welt dasteht. Dorthin folgten wir der uns bereitwilligst erteilten Genehmigung zur Besichtigung der feenhaften Landschaftsbilder, welche das hohe Verständnis des berühmten Mannes mit reichen Mitteln geschaffen hat. Es darf nicht an Gewächshäuser im gewöhnlichen Sinne gedacht werden, nicht an Kulturanstalten, wie sie wohl da und dort der praktische Sinn der Gärtner aufzubauen und einzurichten vermag. Dort wandelt der Besucher auf lauschigen Wegen im dichten Palmengebüsch tropische Täler mit üppiger Farnvegetation wechseln ab mit steilen Gebirgspfaden, welche einen Blick gestatten in die grünen Wipfel mächtiger Zygadeen und Muserzehen und auf die frischen Behänge der mit täuschender Natürlichkeit aufgebauten Felswände, aus welchen die Christrose der Mexikaner ihre purpurglühend gefärbten Hochblätter erhebt. An Bach- und Teichrändern auf den saftigen Rasen der Selaginellen und Lycopodia Zehen entwickeln die schön gezeichneten Anturien und Alokasien ihre stattlich ragenden Blätter und fantastischen Blüten und zarte Kattleien erfüllen die Luft mit entzückendem Wohlgeruch. Es ist auch dem Kakteenfreunde unmöglich, an diesen herrlichen Bildern achtlos vorbeizugehen. Dürfen die kostbaren Krotongebüsche, welche Herr Geheimer Kommerzienrat Krusern mit ganz besonderem Glück durch Kreuzungen erzielt hat, unerwähnt bleiben? Von dieser Stelle aus erfordert es die Pflicht, dem verehrten Herrn Dank abzustatten für die Bereitwilligkeit, welche uns zum wiederholten Male einen Besuch dieser großartigsten Pflanzensammlung gestattete. Ist doch der Herr Besitzer ebenfalls ein begeisterter Kakteenfreund und seine Kakteen-Sammlung die berühmteste der Gegenwart? Soweit die Beschreibung. Man stellt sich förmlich die Sachen vor. Dieses Foto im Archiv der Gewächshäuser, ihr weiß es eben nicht, ob das noch zu Lebzeiten Grusons hier auf seinem Gelände gemacht wurde oder schon in den städtischen Gewächshäusern am heutigen Standort. Das lässt sich nicht eindeutig identifizieren. Wie die oder welche Pflanzen in der Pflanzensammlung gestanden haben, das können wir ziemlich genau rekonstruieren, weil es sehr akribische Inventare gibt, der Pflanzensammlung. Ein erstes gedrucktes Verzeichnis von 1886 mit den Kakteen und den anderen sukkulenten Pflanzen in einem gedruckten Buch, was in einer höheren Auflage gedruckt worden ist, sind nicht nur die Namen der Pflanzen, die Grusons hatte, sondern es sind mehr oder weniger alle Namen, die damals in Kultur bekannt waren, abgedruckt mit einer Spalte, wo man handschriftlich dann die Stückzahl eintragen konnte. Das heißt, die Namen, wo keine Striche sind, die gab es zu der Zeit wahrscheinlich auch nicht in Grusons Sammlung. Vier Jahre später sind neue Verzeichnisse gedruckt worden, wo die Stückzahl dann schon mit gedruckt ist. Hier sind dann nur noch die Namen aufgeführt, die Gruson tatsächlich dann in seiner Sammlung hatte. Nicht nur Kakteen und Sukkulenten, sondern jetzt gab es auch ein Verzeichnis mit den Orchideen und den anderen Warm- und Kalthauspflanzen. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, das in moderne Pflanzennamen zu übersetzen, was gar nicht so leicht ist, denn die Nomenklatur der Pflanzen ändert sich mit neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Viele dieser Namen sind nie gültig publiziert worden. Da steht dann hier zum Beispiel Cereus allacriputanus Hort, das heißt Hortorum, also das ist ein Name, der an Gärten verwendet wurde, aber nicht wissenschaftlich publiziert worden ist. Und bei solchen Sachen ist es heutzutage oft unmöglich herauszufinden, welche Pflanzen sich eigentlich dahinter verbergen. Ich habe das mal an dem Beispiel Cereus versucht darzustellen. Cereus ist eine Gattung der Kakteen. Zu Gosons Zeiten wurden alle Kakteen, die säulenförmig oder schlangenförmig wachsen, als Cereus bezeichnet. In der Liste von Grusern gab es 172 Namen unter Cereus mit den verschiedenen Arten, Varietäten, teilweise Hybriden. Drei davon hießen nur Cereus Speck, das heißt unbestimmte Art, da wusste also Grusern selbst nicht, was es ist. 36 Namen sind solche, die nicht gültig publiziert worden sind, wo wir nicht wissen, was sich eigentlich dahinter verborgen hat, 109 Namen, das ist eine ganze Menge, sind nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen andere Kakteen Gattungen, aber wir können zumindest rausfinden, welche Arten das gewesen sind. 17 weitere gehören immer noch zu Cereus, aber nicht unter dem Namen, wie er in Grusons Liste steht. Nur sieben Arten können wir sozusagen unverändert in die heutige Zeit übernehmen. Und diese Sisyphus Arbeit habe ich mal versucht, mit diesen drei Bestandslisten Büchern zu machen, um einfach mal rauszufinden, wie groß war denn die Sammlung tatsächlich. Es ist ja nicht nur die Anzahl der Namen, sondern es war ja auch immer die Stückzahl eingetragen. Können also sagen, zu der Zeit der Inventur, aufgrund dieser Liste von 1890, hatte er ungefähr 2700 Stück Kakteen, die er in etwa 1100 verschiedenen Namen hatte. Gerade bei den Liebhaberpflanzen, wozu die Kakteen da gehören, ist es so, dass auch gerade kommerzielle Gärtnereien gern eine andere Farbvariante oder überhaupt eine andere Variante als neue Art bezeichnet haben, weil das den Umsatz fördert. Das führt dazu, dass viel mehr Artnamen dort auftauchen, als es biologisch tatsächlich Arten sind. Also es gibt manchmal fünf, manchmal zehn, noch mehr verschiedene Namen, was heute nur als eine einzige Art angesehen wird und daraus resultiert, dass das die eigentliche Artenzahl, die Grusern hatte, deutlich geringer ist. Also bei 365 Arten lässt sich es identifizieren, da kommen sicher noch ein paar dazu von den Namen, wo wenn ich gewinnt, auch wissen, was es ist. Ich habe dann hellgrün noch, um das in den Bezug zu setzen zu heute, zum Vergleich den heutigen Bestand unserer Grusern-Gewächshäuser. Wir haben also geringfügig, oder ungefähr so viel Kakteen, wie Grusern damals auch hatte. Also wenn Sie mal in die Gewächshäuser gehen und diese große Vielfalt an Kakteen sehen, ungefähr so von der Vielfalt dürfte es bei Grusern auch ausgesehen haben. Bei den anderen Sukkulenten, wo zum Beispiel Aloe dazugehört oder Sukkulente Wolfsmilcharten, verschiedene andere, war auch ganz beachtlich, was Grusern hatte, aber doch deutlich weniger als das, was wir heute zeigen können. Was für mich ein kleines Aha-Erlebnis war, waren die Orchideen. Knapp 2000 Stück der Orchideen hatte er und wenn man das mal guckt, das sind meistens größere Pflanzen gewesen, das heißt, da musste er irgendwie doch schon beträchtlichen Platz in seinem Gewächshaus den Orchideen eingeräumt haben. auch fast doppelt so viel wie wir heute an Orchideen haben. Bei den Palmen sind die Zahlen deutlich geringer, aber wenn man bedenkt, dass Palmen ja doch eher raumgreifende Pflanzen sind, war das auch schon eine ganz ordentliche Sammlung, entspricht auch ungefähr der Größenordnung, was wir heute an Orchideen in den Gewächshäusern haben. Alle Listen zusammengenommen können wir von einem Gesamtpflanzenbestand um 1890 von etwa 7700 Exemplaren ausgehen, die Grusern unter über 3000 verschiedenen Namen subsummiert hatte. Zusätzlich noch eine Liste von etwa 300 Rosensorten. Diese riesige Sammlung konnte er natürlich nicht selber pflegen, er hatte Personal, einen Obergärtner, drei weitere Gärtner, darüber hinaus noch Hilfskräfte und Lehrlinge und die Kosten zur Unterhaltung dieser Sammlung beliefen sich auf über 20.000 Mark pro Jahr. Also es war kein billiges Hobby, was er da hatte. Woher kommt seine Begeisterung für die Pflanzen? Da habe ich ein Zitat gefunden in einer Zeitschrift Die Gartenwelt, wo über die Grusern damals schon städtischen Grusern Gewächshäuser berichtet wurde, muss allerdings einschränkend sagen, in diesem Artikel gibt es mehrere offensichtlich sachliche Fehler, deswegen ist es mit Vorsicht zu genießen. Grusern war von Jugend auf ein begeisterter Natur- und speziell Pflanzenfreund. Bereits in den 50er Jahren begann er mit der Errichtung von Gewächshäusern und mit dem Sammeln der Pflanzen, die sein besonderes Interesse erregten. Gerade dieser Punkt, ob er in den 50er Jahren schon Gewächshäuser hatte, konnte ich nicht tatsächlich überlegen, es gibt noch eine andere Quelle, wo das auch erwähnt wird, aber ich sehe das mit Vorsicht. Was gesichert ist, dass er sicher seine Pflanzenleidenschaft mit Borsig in Berlin teilte. Grusern war ja von 1839 oder 40 bis 45 als Volontär bei August Borsig in Berlin und von Borsig ist bekannt, dass er 1845, also zum Ende von Gruserns Zeit dort, ein erstes Gewächshaus errichten ließ, weitere später, aber zu der Zeit war ja Grusern auch immer noch Berlin und es ist eigentlich davon auszugehen, dass er auch noch den Kontakt zu Borsig hatte und auch die borsischen Gewächshäuser kannte. Dieses Bild zeigt die borsische Villa in Berlin und ganz deutlich zu erkennen, direkt neben seiner Villa, ein schönes Gewächshaus. Die schon erwähnte Familiengeschichte, in der der Sohn Hermann Grusern über seinen Vater einige Seiten schreibt, dort steht, unter diesen seinen Pflanzenkindern, die er selbst gezogen hatte, fand er seine Erholung. Im Hochsommer, wenn in den Gewächshäusern eine geradezu afrikanische Temperatur herrschte, war er stundenlang unter seinen Pflanzen, und machte Versuche für Vermehrung und Kreuzung der verschiedenen Arten oder beobachtete ihre Entwicklungen. Er kannte jedes Exemplar und wehe dem Gärtner, der ihn etwa bemogeln wollte. Also er kannte seine Sammlung, er hat seine Freizeit da verbracht, es war wahrscheinlich sein einziges echtes Hobby, seine einzige Freizeitbeschäftigung, dort war er in der Regel für sich und konnte seine Leidenschaft frönen, hat Versuche gemacht und auch wenn es eher unangenehm war, von den Temperaturen, die tropischen, vielleicht mochte er sie auch, ich weiß es nicht, aber er ließ sich davon nicht abhalten, jedenfalls, um dort mit seinen Pflanzen zu arbeiten. Karl Schumann war Botanikprofessor in Berlin und war der erste Vorsitzende der Gesellschaft für Kakteenfreunde, die 1892 gegründet wurde. In der Monatschrift für Kakteenkunde hatte dieser Karl Schumann einen Nachruf auf Hermann Ruson geschrieben, dort heißt es, schon während seiner rastlosen gewerblichen Tätigkeit bildete die Beschäftigung mit der Natur seine Erholung und mit welcher herzlichen Seelenfreude er den Umgang mit der Natur liebte, dafür legen in erster Linie seine prachtvollen Gewächshäuser ein volles Zeugnis ab. Wonach hat Kruser nur bestimmt, mit welchen Pflanzengruppen er sich beschäftigen wollte? Es gab zum einen rein rationale äußere Gründe, die lagen darin, dass seine Gewächshäuser seine Villa auf dem Werksgelände lagen. Dieser Artikel, den ich schon erwähnt hatte in der Gartenwelt, der liegt jetzt auch nochmal da, ist zwar auch dann weit nach seinem Tod, wo man nicht weiß, wie gut kannte der Max Hessdörfer tatsächlich die Gegebenheiten 20 Jahre zuvor, aber es klingt zumindest plausibel. Da sich die gesamte Gewächshausanlage auf seinem Fabrikterrang befand, waren rationelle Kulturen im Freien nicht möglich. Deshalb kamen mit Ausnahme von gewissen harten Sukkulenten, die den Rauchbelästigungen im Sommer standhalten konnten, nur Warmhauspflanzen in Frage, die während des ganzen Jahres unter Glas gehalten werden konnten. Tatsächlich ist es so, dass in den ganzen Listen zum Beispiel keine Citruspflanzen auftauchen, die im Sommer bei uns draußen stehen müssen. Die hätten wahrscheinlich diesen Rauchbelastungen nicht standgehalten. Eine interessante Parallele zwischen seiner Arbeit als Unternehmer, Ingenieur, Erfinder und seiner Pflanzenleidenschaft hat sein Sohn Hermann Gruson hergestellt, in dem er schreibt, ein technisch gründlich durchkonstruiertes Problem erregte in ihm nur noch ein geringes Interesse. Es musste etwas Neues angepackt und durchgeführt werden. Hier in seiner Pflanzenwelt konnte er diese Gedanken ungehindert durchführen. Ein eifriges Studium hatte ihn bald zu einem absoluten Beherrscher der Pflanzenkunde gemacht. So entstanden nacheinander anschließend an das erste Gewächshaus ein Palmen, ein Gloxinien, ein Croton, ein Kaladien, ein Nymphäen, ein Chrysanthemum, ein Kakteenhaus und alles gedieh unter seiner Aufsicht und fachkundigen Leitung in der Vollendung, sodass seine Gewächshäuser in Sachverständigenkreisen bald einen europäischen Ruf hatten. Heutzutage sagt man immer der große Kakteen-Sammler und Kakteen-Liebhaber Gruson, das war aber nicht von Anfang an so, sondern er hatte sich immer einer Pflanzengruppe zugewandt, hat die Kulturen optimiert und wenn er das Gefühl hatte, das läuft jetzt alles, das sieht toll aus, dann brauchte er eine neue Herausforderung und hat sich der nächsten Pflanzengruppe zugewandt. Kurz nachdem er seine Firma hierher verlegt hatte und seine Villa auf dem Grundstück hat bauen lassen, hat er schon ein kleines Treibhaus bauen lassen, zur Hälfte ein Farnhaus, zur anderen Hälfte ein Warmhaus. Kurze Zeit später, schon im Folgejahr, gab es einen Bauantrag und auch schon die Realisierung in diesem Jahr von drei weiteren Gewächshäusern und wiederum zwei Jahre später ein Palmenhaus mit zehn Meter Fürsthöhe, also was auch sicher zu damaligen Zeiten nicht billig zu bauen war, er hat sich sein Hobby in der Tat was kosten lassen und dann in größeren Abständen folgten auch noch weitere Gewächshäuser. Das lässt sich auch anhand der Lagepläne ganz gut nachvollziehen, wir haben ja einen Lageplan, nur der Ausschnitt mit seiner Villa, die hier ist, mit dem Garten, mit dem Teich und den Gewächshäusern hier rot umrandet. Das ist ungefähr der Zustand, wie wir ihn eben schon auf dem Foto aus dem Krupp-Archiv gesehen haben, nicht Foto, sondern auf dem Grundriss. 1890er Lageplan sieht man hier oben etwas gelb unterlegt, drei weitere Gewächshäuser. Das hat ihm also nicht gereicht, um seine Pflanzen dort runterzubringen. Es musste noch expandiert werden. Auch in dieser Vogelperspektive sieht man das. Hier vorne, hier irgendwo sitzen wir jetzt. Hier ist eine Villa, die im Moment gerade umgebaut wird, saniert wird. Der Garten ist heute überhaupt nicht mehr als Garten zu erkennen. Das Einzige, was jetzt noch steht, ist der Ginkgo, der damals wohl runtergrusern gepflanzt worden ist. Und man erkennt hier die Dächer der Gewächshäuser. Ich habe nochmal einen Ausschnitt vergrößert, um das zu sehen. seine Gewächshäuser unmittelbar angrenzend an das Werk und an seinen Garten. Ich zitiere nochmal aus dem Nachruf von Karl Schumann. Wie unser Freund Herr Obergärtner Matzson schreibt, entwickelte sich seine Vorliebe für Kakteen erst ziemlich spät. Als er 1884 nach Bukau kam, gemeint ist Matzson, befanden sich unter den damals schon umfangreichen Pflanzenschätzen nur zwei Echinopsis airesii. Zur Veranschaulichung ist die Pflanze immer hier. Die ganz vertrocknet und verhungert in der Ecke standen. Als sie verpflanzt und gut behandelt wurden, brachten sie Blüten, die Grusern außerordentlich erfreuten und sie bildeten den Grundstock einer Sammlung. Sehr rasch wuchs nun die Menge an und er beschäftigte sich stundenlang jeden Tag damit, sie zu studieren und zu vergleichen. Des Nachts aber träumte er, wie er oft erzählte, von seinen Lieblingen. Albert Matzson war ein Gärtner, der aus Schweden stammte, der als 21-Jähriger 1884 hier von Grusern als Obergärtner angestellt wurde und der scheint ein besonderes Händchen für die Kakteen gehabt zu haben und dadurch wurde Grusons Leidenschaft für die Kakteen erst geweckt. dieses Foto ist mit Sicherheit hier in seinen Gewächshäusern aufgenommen worden, wo man so einen Blick, Eindruck von der Grusernschen Kakteenensammlung bekommt, alle fein säuberlich in Töpfen und alle auch fein säuberlich etikettiert. Dasselbe Haus nochmal aus einer anderen Perspektive. auch der Hermann Grusern Junior hat nochmal in der Familiengeschichte geschrieben, seine letzte Passion galt in Kakteen. Die Sammlung war schließlich die größte auf dem europäischen Kontinent. Das wird gern gesagt, die größte Kakteenensammlung der Welt oder Europas. Gibt es verschiedene Quellen, verschiedene Zitate, die das so suggerieren. Auch Karl Schumann nochmal, Hermann Grusern ist es zweifellos gelungen, die größte Sammlung von Kakteenen und anderen Sukkulenten zusammenzutragen, die gegenwärtig in Europa existiert. Ja, die vielleicht überhaupt je existiert hat. Wer einmal das Glück gehabt hat, diese Sammlung betrachten zu können, dem wird das Herz aufgegangen sein über die Fülle der Arten und die Schönheit der Exemplare. Also es war auf jeden Fall was Besonderes und in Fachkreisen über Deutschland hinaus bekannt und berühmt. Ein Kaktus hat den Namen bekommen Grusonia Cereiformis. die Gattung Grusonia benannt nach unserem Hermann Grusern. In dem kleinen Artikel über diese Art steht, sie konnte wohl keinem würdigeren zu Ehren benannt werden als zu Ehren des geheimen Kommerzienrats Grusern, des Besitzers der größten und schönsten Sammlung und des unermüdlichen Pflegers unserer Sache. Also auch hier wieder die größte Sammlung wobei dieser Artikel nach den Nomenklaturregeln der Botanik noch nicht gültig veröffentlicht ist, weil hier eine Beschreibung der Gattung fehlt. Aber das wurde später von anderen Autoren nachgeholt. Die Gattung Grusonia gibt es heute und ist auch heute noch als solcher akzeptiert. Einige Arten Grusonia haben wir auch heute noch in den Beständen. Bekannter ist der Schwiegermutterstuhl oder Goldkugelkaktus Echinocactus Grusoniae, der auch das Logo der Gewächshäuser ziert, von Heinrich Hildmann beschrieben, einem Gärtnereibesitzer in Birkenwerder bei Berlin. In der Erstbeschreibung 1886 ist das Benennungsmotiv nicht erwähnt, sondern erst in einem kleinen Artikel fünf Jahre später. Dort schreibt Hildmann, ich benannte sie zu Ehren des Herrn Geheimen Kommerzienrats Gruson in Buko, falsch geschrieben, bei Magdeburg, in dankbarer Anerkennung seiner großen Verdienste, auch in Bezug auf den Kakteenkultus. Man kann nur mutmaßen, dass es nicht nur die Verdienste von Gruson sind, sondern Gruson war sicher auch ein treuer Kunde bei Hildmann. Und auch Hildmann hat sicher von den Erfahrungen der Kakteenkultur in Gruson profitiert. Da war sicher ein reger Austausch zwischen den beiden. Ob es nun tatsächlich die größte Kakteenensammlung war, wissen wir nicht. Es gibt zumindest eine Anzeige in der Monatschrift für Kakteenkunde von 1891, wo die Gärtnerei Friedrich Adolf Hage in Erfurt eine Anzeige geschaltet hat und sich selbst als die älteste und größte Kakteensammlung Europas bezeichnet. Was nun tatsächlich größer war, wir können es heute nicht mehr überprüfen, wie wir es auf jeden Fall unverfänglich richtig sagen können, so wie es Ludwig Wittmark geschrieben hat 1890, der geheime Kommerzienrat Gruson zu Bukau Magdeburg, der Besitzer der größten Privatsammlung von Kakteen in Deutschland. Das ist ziemlich ohne Zweifel richtig. Die Deutsche Kakteen Gesellschaft oder damals Gesellschaft für Kakteenfreunde hatte ich schon erwähnt, wurde 1892 gegründet. Hermann Gruson war dort selbst nicht Mitglied, wohl aber sein Obergärtner Albert Mattson. Schon in dem Bericht über die erste Jahresversammlung wird eine Exkursion in die Grusonsche Sammlung erwähnt, im September 1893 und die zweite Jahreshauptversammlung fand dann in Magdeburg statt mit einer Führung durch die Grusonsche Sammlung, die ich ja auch schon eingangs erwähnt hatte, aber auch bei dieser Führung war Gruson selbst nicht anwesend, sondern die Führung hat Albert Mattson gemacht. Ich habe hier nochmal diesen kleinen Hinweis in dem Versammlungsbericht. Herr Professor Schumann toastete auf Herrn geheimen Kommerzienrat Gruson, der sein Erscheinen zugesagt, leider aber an der Ausführung dieses Versprechens verhindert war. Wo hat Gruson seine Pflanzen herbekommen? Es ist belegt durch den Nachruf durch Karl Schumann, dass er 1884, also sozusagen mit Einstellung von Albert Mattson, 50 Prachtexemplare aus Hildmanns Geschäft, aus der Gärtnerei Berberdien, gekauft hat. Es gibt ein kleines Notizbüchlein bei uns im Gewächshausarchiv, wo verschiedene Gärtnereien einfach nur aufgeführt sind, wo man jetzt auch nur mutmaßen kann, dass das auch Bezugsquellen für Gruson waren. Hage und Schmidt in Erfurt, Friedrich Adolf Hage ebenfalls in Erfurt, das sind tatsächlich zwei getrennte Gärtnereien gewesen, die aber auf gemeinsame Vorfahren zurückzuführen sind, aber auch Gärtnereien und Personen in London, in Belgien, Hildmann hatte ich schon erwähnt, das Schloss Dück bei Neuss, bei Glein und weitere und dann sind hier auch tatsächlich noch mal Kataloge aufgeführt, Villemarin, Andrieux und Compagnie in Paris, diese Firma gibt es auch heute noch und Rosenzüchter in Trier und in Luxemburg. In dem selben Notizbüchlein gibt es einen kleinen Reiseplan tatsächlich mit Bahn, Ankunft und Abfahrtszeiten nach Brüssel. Ob Gruson das selber weiter durchgefahren ist, weiß ich auch nicht, es liegt aber nahe, mit Stationen in Gent, in Neuss, mit dem Schloss Dück, wo es eine Pflanzensammlung gab. Ansonsten in seinen Bestandsbüchern sind ja keine Vermerke darüber, wo er die Pflanzen jeweils herbekommen hat. Gruson wird das bei den allermeisten gewusst haben, aber wir können jetzt wirklich nur noch aus der Literatur einzelne kleine Hinweise finden. Henze, der danach Grusons Tod Obergärtner in den Grusons Gewächshäusern war, schreibt über eine Pflanze in der Grusons Sammlung, über diese Vor Kroja, eine Agavenverwandte, die abgebildete Pflanze bezog der geheime Kommerzienrat Gruson vor etwa 15 Jahren aus der bekannten Lindenschen Gärtnerei in Brüssel. Das würde jetzt korrelieren mit diesem Reiseplan. Eine Erstbeschreibung einer Art eines Säulenkaktus Cereus Schumanii die übrigens von Albert Matzon veröffentlicht wurde. Da ist erwähnt, dass diese Art schon vor mehreren Jahren aus Orduras in die Grusons Gärten eingeführt wurde. Unklar auf welchem Wege und durch welche Personen, aber offensichtlich gab es auch Direktimporte aus den natürlichen Herkunftsgebieten der Pflanzen. Genauso wie dieser Pandanus, ein Schraubenbaum in einer französischen Publikation Pandanus Grusonianus, auch wieder nach unserem Gruson benannt. Die Pflanze wurde auf den Amiranteninseln, ich habe es aus dem Französischen übersetzt, die gehören zu den Seychellen, entdeckt, von wo sie im vorigen Jahr durch die Compagnie Continental, dort die Kultur, nach Gent eingeführt wurde. Sie wurde dann in die Sammlung des Herrn Gruson weitergegeben. Diese Art, oder der Artname ist auch heute noch so gültig und akzeptiert, aber soweit ich weiß, in keiner europäischen Sammlung vorhanden. Ist mir jedenfalls noch nicht untergekommen und man findet auch nichts darüber. Noch ein weiterer Kaktus, ein Säulenkaktus, Cereus Keretaroensis, ebenfalls von Albert Mattson beschrieben. Er schreibt dort drin, dass der Kaktus aus der einstmals berühmten Dautwitzschen Sammlung stammt, von wo sie nebst anderen Seltenheiten in den Besitz des Herrn Geheimrat Gruson in Magdeburg-Bukau gelangte. Friedrich Dautwitz war Hofbauverwaltert Architekt im Schloss Schönbrunn bei Wien und besaß eine sehr große Kakteen-Sammlung. Im selben Artikel erwähnt Mattson noch eine weitere Pflanze, die vor einigen Jahren an Herrn Geheimrat Gruson aus Salvador gesandt wurde. Also auch hier wieder ein Import aus einem der Herkunftsländer. Hermann Gruson hatte eigentlich vor auch selbst mal nach Mexiko zu reisen, um die Kakteen am Naturstandort zu sehen, hatte schon Reisevorbereitung getroffen, aber seine Verwandten rieten ihm davon ab. Er war damals schon im fortgeschrittenen Alter, sodass seine Liebsten sich sorgten, ob er denn die Reise überstehen würde. Stattdessen hat Gruson dann seinen damals etwa 26-jährigen Obergärtner Albert Mattson nach Mexiko entsandt, um dort Kakteen für ihn zu sammeln. Albert Mattson hat Teile seiner Reise in Reiseberichten veröffentlicht. Ich habe auch ein paar Zeilen rausgegriffen, weil das einfach gut illustriert, wie es damals so ablief, so eine Reise in ein Land mit schlechter Infrastruktur, welchen Schwierigkeiten man da ausgesetzt war. Albert Mattson schreibt, das Kakteen sammeln ist aber mit Schwierigkeiten verbunden, von welchen man sich im Allgemeinen keinen Begriff macht. Erstens sind die Entfernungen sehr groß, was umso mehr ans Gewicht fällt, als von gebahnten Wegen kaum die Rede sein kann. Die Eingeborenen sind alle sehr träge, laufen fort, sobald sie etwas Geld in den Händen haben und halten niemals eingegebenes versprechen. Zudem sprechen diese Leute oft auch noch ihre eigene Sprache, sodass man sich nicht mit denselbigen verständigen kann. Nachdem ich mich jetzt eingeübt habe, mit den Leuten umzugehen, kann ich längere Reisen in die Berge vornehmen. Bisher war die Jahreszeit zum Samensammeln nicht sehr geeignet, da die Früchte gleich nach ihrer Reife im Sommer von den großen Ameisen, die hier hausen, ausgeleert werden. Doch habe ich wohl 20 Sorten Samen gefunden, welche ich gleichzeitig mit übersende. Albert Matzson ist auch wohlbehalten wieder zurückgekehrt. Wie groß seine Ausbeute war, wissen wir nicht, aber es wird wohl das ein oder andere gewesen sein, was die Grusonsche Kakteen Sammlung bereichert hat. Wie ging es nach Grusons Tod mit der Sammlung weiter? Nach dem Schreiben des Magistrats vom 23. Februar des Jahres, also 1895, hat Herr Dr. Juer, der Sohn Gruson, eine Wunsche seines verstorbenen Vaters, des geheimen Kommerzienrats Gruson, entsprechend der Stadt Magdeburg die sämtlichen Pflanzensammlungen des Verstorbenen einschließlich der Gewächshäuser und ihrer Einrichtungen, aber mit Ausnahme des Kalthauses, des Ananas und des Weinhauses als Geschenk angeboten. Die Stadt hat dieses Geschenk auch angenommen, wie wir wissen, hat dann nach einem Standort für die neuen Gewächshäuser gesucht. Es gab mehrere Varianten und es ist dann der Standort am heutigen Kloster Bergegarten dabei rausgekommen, dort stehen die Gewächshäuser noch immer. Das ist ein Lageplan, den ich im Magdeburger Stadtarchiv gefunden habe, der Gewächshäuser kurz nach der Eröffnung, wo wir also ein Schauhaus am Eingang haben, was es nicht mehr gibt, das Palmenhaus gibt es immer noch, das Zygadenenhaus ist jetzt Kakteenhaus beziehungsweise trockene Subtropen, Orchideenhaus existiert, verkleinert, Rotonhaus, Auroideenhaus sind jetzt die Tropenhäuser, hier wo Kakteen steht, ist jetzt die Botanikschule, das Sukkulentenhaus ist jetzt ein Lorbewaldhaus und das Farnhaus ist immer noch Farnhaus. Inzwischen sind noch ein paar mehr Häuser dazugekommen, aber ich finde es ganz eindrücklich, wo hier sogar nicht nur die Häuser, sondern auch noch der Weg markiert ist, wie der Rundgang gedacht ist zu der Zeit. Einen kleinen Eindruck, wie die Häuser von innen aus gesehen haben, das ist das Kroternhaus, wo man die meisten Pflanzen hier in Töpfen hat stehen sehen, aber in anderen Häusern waren die Pflanzen auch ausgepflanzt und als Landschaft gestaltet. Die Pflanzensammlung ist natürlich eine Lebenssammlung, wo es immer Verluste gibt. Ein erster herber Verlust muss es wohl bei den Orchideen gegeben haben. Der schon erwähnte Beitrag von Max Hessdörfer in der Gartenwelt illustriert das, der an sich die Sammlung sehr lobend erwähnt, aber eben mit dieser Einschränkung bei den Orchideen. Das Orchideenhaus ist das Schmerzenskind der ganzen schönen Anlage. Es waren schon verschiedentlich als tüchtige Spezialisten bekannte Gehilfen für diese Kultur engagiert, aber es sind nur noch wenige bemerkenswerte Orchideen vorhanden. Ich schreibe diesen Umstand der mir für Orchideenkultur ungeeignet erscheinenden Konstruktionen des Hauses zu, bei der starke Temperaturschwankungen unvermeidlich sind. Ob das nun tatsächlich daran gelegen hat, vermutlich ist der Faktor der Gehilfen, die dann vermeintlich Spezialisten waren, aber tatsächlich dann vielleicht doch nicht waren, zuzuschreiben. Das ist jedenfalls ein Foto, was um 1900 entstanden sein muss in dem Orchideenhaus. Vermutlich haben wir in den heutigen Sammlungen noch genau zwei Pflanzen, die aus Lebzeiten von Hermann Grusern stammen. Das ist passenderweise ein Echinocactus Grusonii, dieses Exemplar, was die Gärtner scherzhaft Hermann nennen, etwa 150 Jahre alt und ein Palmfarn, ein Zykas, der im Farnhaus steht, etwa 160 Jahre alt ist, im Moment ohne Wedel dasteht, der ist durch die Baustelle, die um den Baum drumherum stattgefunden hat, etwas in Mitleidenschaft gezogen worden. Die sollen sehr hart im Nehmen sein. Ich hoffe jetzt und warte jeden Tag drauf, dass sich oben wieder grüne Spitzen zeigen. Ich hoffe, er lebt noch. Abschließend möchte ich meinen Vortrag mit einem Zitat, ein Gedicht, das Hermann Gruson am Eingang seines Kakteenhauses hier auf seinem Gelände angebracht hat. Halt, lieber Wanderer, hemmel deinen Schritt, wie die Natur spielt, wirst du bald nichts sehen. Voll scheuer Ehrfurcht und Bewunderung tritt jetzt in die Zauberlande der Kakteen von einem heute unbekannten Dichter Eduard Jürgensen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ja, danke schön, Dr. Martins. Gibt es Fragen an den Referenten? Eine sehe ich schon. Ich glaube, es ist heute noch so, dass der größte deutsche Agrarierverband, Bauernverband, die Max-Eidt-Gesellschaft ist und so heißt. Und die höchste Auszeichnung, die die verleihen, ist die Max-Eidt-Medaille oder Plakette. Max-Eidt war ein Ingenieur, wie Hermann Gruson, war kein Industrieller, sondern der ist nach England gegangen, zu Fauler und war dann Vertriebsingenieur, hat in Syrien, in Ägypten, in Übersee, Louisiana, Dampfmaschinen verkauft und damit die Agrikultur revolutioniert. Deswegen der Namengeber der Bauerngesellschaft. Und bemerkenswert an ihm ist halt, dass er mit ingenieurstechnischen Mitteln an die Agrikultur herangegangen ist. Wenn ich das alles sehe, stelle ich mir die Frage, ist eine vergleichbare Problemlösungsorientierung bei Hermann Gruson auch bei seinen Pflanzen zu sehen. Also ich denke da vor allen Dingen an Bewässerung, an Bedüngung, an Belüftung und all sowas, was ja durchaus aus einer Ingenieursperspektive Fragestellungen sein können, wie man sich Pflanzen nähert. Dazu habe ich in der Tat wenig Kenntnis. Ich weiß nicht, wie er tatsächlich seine Gewächsläuser konstruiert hat oder konstruieren lassen hat, welche eigenen Erfahrungen er da eingebracht hat. Es wird gesagt, ohne dass ich das mit Quellen belegen kann, dass die Stahlteile der Gewächshauskonstruktion aus seinem Werk standen, ich weiß es aber auch nicht tatsächlich, kann ich leider nicht viel zu sagen. Weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein, dann haben Sie schon alles beantwortet. Dr. Pellmann sagte möglichst kurz halten. Unser nächster und abschließender Referent, bevor wir dann noch zu Schlussdiskussionen kommen. Dr. Pellmann studierte Biologie an der staatlichen Universität Kinschinau in der Republik Moldau, Fachstudium Umweltschutz. Er wurde 1986 promoviert an der Universität Leipzig mit dem Thema Untersuchungen zur Aufnahme und Weitergabe von Quecksilber in experimentellen Nahrungsketten von Insekten unter Berücksichtigung dadurch induzierter morphologischer Veränderungen. Ich hoffe, ich habe es fehlerfrei wiedergegeben. und ist seit 1998 Leiter des Museums für Naturkunde der Landeshauptstadt Magdeburg. Ich hoffe, das war kurz genug. Dr. Pellmann, Sie haben die Bühne. Schönen Dank für die kurze Einführung. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Neumann wird gleich die erste Folie auflegen. Das Thema meines Vortrags lautet Hermann Krusen als Mitbegründer des Naturwissenschaftlichen Vereins zu Magdeburg. Das ist sicherlich eine in vielen Kreisen wenig bekannte Wirkungsstätte von Hermann Krusen, die aber im Zusammenhang mit dem Magdeburger Naturkundemuseum und dem Naturwissenschaftlichen Verein, den es heute noch gibt, interessant ist. Ja, ich habe meinen Vortrag gegliedert in fünf Aspekte, die jetzt gleich kommen und ich werde je nachdem, wie die Zeit reicht, alle fünf auch vortragen, sonst kürze ich etwas ab. Zur Vorgeschichte des Naturwissenschaftlichen Vereins, zu Magdeburg und zur Situation in Deutschland. Deutschland. Ich habe hier mal eine Tabelle und daraus ist zu erkennen, dass schon kurz nach dem Dreißigjährigen Krieg sich in Deutschland naturwissenschaftliche Akademien gebildet haben, wie die Leopoldina, die heutige nationale naturforschende Gesellschaft, aber auch andere naturforschende Gesellschaften sind gegründet worden, außerdem haben aufgeklärte Fürsten entsprechende Kunst- und Naturalenkabinette eingerichtet, die dann später zu Museen geworden sind und ganz spannend, das ist dann hier in diesen Ausschnitten zu erkennen, aus der bürgerlichen Gesellschaft heraus sind naturkundliche wissenschaftliche Gesellschaften hervorgegangen, in denen dann verschiedene Persönlichkeiten gewirkt haben und die Naturkunde Entwicklung vorangetrieben haben. Nach Einschätzung von Walter von 1894 gab es wohl in Magdeburg auch wirkliche oder allein Gelehrten, die sich mit dem Studium der Naturwissenschaften im Allgemeinen und der Erforschung der Magdeburger Gegend im Besonderen zuwandten. Ihr Wirken war jedoch meist auf das Studierzimmer beziehungsweise auf einen kleinen Freundeskreis beschränkt. Das Interesse an den Naturwissenschaften war aber vorhanden, wie der große Zuspruch an entsprechenden Vorträgen in der Handwerkermeistervereinigung oder Handwerkerbildungsverein zeigte. Mit der Gründung des Botanischen Vereins im Jahre 1864 in Magdeburg entstand eine erste naturwissenschaftlich ausgerichtete Vereinigung, auch ein Botanischer Garten im Herrenkrug entstand. Weiterhin existierte ein mikroskopischer Verein. Wie eine Art Initialzündung zur Gründung eines naturwissenschaftlichen Vereins wirkte die in Magdeburg abgehaltene Generalversammlung des Naturwissenschaftlichen Vereins für Sachsen und Thüringen mit dem Sitz in Halle-Sahle. Die Stimmung für einen eigenen derartigen Verein wurde durch diese Generalversammlung in der Stadt wesentlich erhöht. Kommen wir zur Gründung des Vereins im Jahre 1869 und die Zeit bis 1871. Die Persönlichkeit, soweit wir das in den Unterlagen entnehmen können, die uns vorliegen, die den wirklichen Anstoß zum Zusammenschluss der Naturfreunde in Magdeburg gab, war der Direktor Paul Sigg, der damalige Leiter der städtischen höheren Gewerbeschule, der späteren jährige Oberrealschule. Direktor Paul Sigg sicherte sich im Rahmen seiner Bemühung der Vereinsgründung zunächst die Unterstützung angesehener Männer Magdeburgs. Mit ihnen wurde eine Vorberatung in Stadt Prag anberaumt. Zu diesem Kreis gehörte auch Hermann Großen, damals 48 Jahre alt, ein erfolgreicher, stadtbekannter und aufstrebender Unternehmer. Im Vorfeld war die Idee der Vereinsgründung bereits durch Privatgespräche vorbereitet worden. Die von Direktor Paul Sigg nun hier auf der Beratung vorgetragene Idee, ich zitiere, überzeugte die Anwesenden so sehr, dass sofort der Ausführung näher getreten, das hervortretend an die Öffentlichkeit beschlossen und dem Gründungskomitee bestehend aus den Herrn Gruson, Grubitz, Paul Sigg, Schäfer und Schreiber der Auftrag erteilt wurde, ein Vereinsstatut auszuarbeiten. Als Tag der öffentlichen Aufforderung zur Bildung des Vereins wurde der 13. September 1869 vereinbart und bis dahin sollte jeder in seinem Kreise für diese Idee werben. Und dann ging man in die Presse. In der Magdeburgischen Zeitung, die Pressearbeit vom 2. September wurde die vorläufige Satzung mit einem kurzen Vorwort veröffentlicht, ich zitiere wieder, die Bildung des diesigen Naturwissenschaften den Vereins, der am 14. September, dem Tag der Humboldtfeier in die Öffentlichkeit treten soll, ist im vollen Flüsse begriffen, indem wir dem Verein recht viele eifrige Mitglieder wünschen, erfüllen wir im Interesse der Sache und zur Beschleunigung des Umlaufs der Beitrittslisten hiermit gern die Bitte um Veröffentlichung des Statutsentwurfs. Und dann kommen die 1 bis 9 Paragrafen des Statutes. Ja, und die Pressearbeit ging weiter. Am 12. September, also 10 Tage später, wurde dann die Einladung zur konzentrieren Sitzung in diesem kleinen Kästchen rot umrandet und hier mal ein bisschen rausvergrößert veröffentlicht. Da steht drin, alle, welche ihren Beitritt erklärt haben oder noch erklären wollen, werden ersucht, sich Montag, den 13. September abends 6 Uhr im Oppermannschen Saale am Fürstenwall zum Abschluss der Konstituierung des Vereines einzufinden. Und man hat gleichzeitig im zweiten Teil noch das Programm für die Humboldtfeier mit veröffentlicht. Erstens Festaktus im Rathaussaal den 14. September mittags 12 Uhr die für Herren und Damen gültigen Eintrittskarten von denen die Mitglieder des naturwissenschaftlichen Vereins je zwei erhalten, sind aus der Schäferschen Buchhandlung abzuholen. Und der zweite Teil dieser Humboldtfeier sollte dann mit einem Festdinner im Saale der Gesellschaft Vereinigung Neue Weg 5 stattfinden, wie das Komitee mitteilte. Am 13. September dann die konstituierende Versammlung. Die Satzung wurde ohne Änderung angenommen und die Vereinsgründung ausgesprochen. In den Vereintraten über die ausgelegten Listen 205 Mitglieder, da laut Satzung die Verwahl des Vorstandes immer in der Dezemberversammlung stattfinden soll, wurde ein Interims Vorstand gewählt, den Hermann Groson als zweiter Vorsitzender angehörte, wie aus der Bildungserkennnis. Die Pressearbeit lief weiter. In der Abendausgabe der Magdeburgischen Zeitung vom 13. September, es gab also in Magdeburg damals nicht nur eine Tagesausgabe, sondern auch eine Abendausgabe, wurde nochmals auf die für den 14. September geplante Humboldtfeier des Vereins hingewiesen. Interessant war für mich, beim Durchschauen der historischen Zeitungsschriften festzustellen, dass darüber hinaus am 14. September aus Anlass des 100. Geburtstages von Humboldt weiterer Feiern stattgefunden haben, also nicht nur des neu gegründeten Naturwissenschaftlichen Vereins. Und ich habe Ihnen hier mal eine kleine Auswahl von diesen Festivitäten aus der Zeitung herausgezogen, aus der Magdeburgischen Zeitung, Milizärkonzert, Feier mit Gesang und Festrede in der Wahala, Großer Werder, zwei Gedichte waren in der Zeitung, zu Ehren Humboldts abgedruckt, ein Beitrag des Humboldt-Vereins für Volksbildung zu Presslau war ebenso enthalten und auch Kaufanlonsen, man konnte also eine Büste von Humboldt kaufen, Fotografien und Publikationen. Die öffentliche Festfeier zur Gründung des Naturwissenschaftlichen Vereins fand am 14. September im Bürgersaal des Rathauses statt. Dr. Gerhard Georg Gerland, Lehrer am Kloster unserer lieben Frauen, hielt die Festrede. Der Text der Festrede wurde zusammen mit der Satzung und dem Mitgliederverzeichnis noch im gleichen Jahr veröffentlicht, quasi als erstes Heft der Abhandlung des Naturwissenschaftlichen Vereins zu Magdeburg. Der besonderen Bedeutung wissenschaftlicher Veröffentlichung und der Notwendigkeit des Aufbaus einer Wissenschaftlichen Vereinsbibliothek war man sich bewusst und verankerte deshalb diese Aufgaben in der Satzung. Die Sitzungsberechte des Vereins wurden damals im Montagsblatt der Magdeburg-Zeitung veröffentlicht und konnten durch die Mitglieder als gesonderte, separate Sammlung abonniert werden. Sie gingen außerdem an die damals bereits 40 Tauschpartner, das waren andere naturwissenschaftliche Vereine in Deutschland. Die im Gründungsjahr begonnene Publikationsreihe fand ihre Fortsetzung und wird heute vom Museum für Naturkunde unter dem Titel Abhandlung und Berichte für Naturkunde herausgegeben, hier das Akte LRF aus dem letzten Jahr. Der Zweck des Vereins wurde im Paragraf 1 der Satzung festgelegt. Ich habe hier mal meine kommentierte Version Ihnen gegeben, die roten Punkte habe ich also ersetzt oder eingesetzt. Im ersten Absatz wurde also auf die besondere Bedeutung des lokalen Bezugs des Vereins hingewiesen, im Zweiten auf die Öffentlichkeitsarbeit, Publikationstätigkeit, im Dritten auf die besondere Bedeutung der Anlage von Sammlung aus deren oder in Folge deren dann Sammlung als Keimzelle für das einige Jahre später entstandene Museum dienen werden. Das also bereits in diesem Paragraf daraus entnehmen. Und ganz spannend finde ich auch den Punkt 4. Die Vereinsaktivität, so unterbreche ich diesen Text, ist nicht um der Forschung oder seiner Selbstwillen erfolgt, sondern konkrete, praktische Bezüge stehen im Mittelpunkt. und dieser Aspekt zeigt sich auch am besonderen herausgehobenen Interesse von Vertretern aus Wirtschaft und Industrie in den Verein einzutreten. Das werde ich dann noch an anderer Stelle zeigen. Hermann Krusen ist von Anfang an Mitglied im naturwissenschaftlichen Verein. Sie sehen ihn hier rot umrandet. Da im Vereinsverzeichnis auch die Berufsbezeichnungen mit aufgeführt sind, lässt sich ermitteln, wie der Verein zahlenmäßig zusammengesetzt war, bezogen auf die Berufsgruppen. Es dominieren eindeutig Vertreter aus der Wirtschaft, 40 Prozent, also Kaufleute, Fabrikanten, Unternehmen, gefolgt von der Lehrerschaft, 20 Prozent, sowie den Ärzten und Vertretern aus Verwaltung und Politik, jeweils 10 Prozent. Darunter zum Beispiel auch der Oberbürgermeister Hasselbach. Hier unten beziehungsweise Bürgermeister Grubitz. Kurzum, dem Verein waren zahlenreiche Vertreter der Magdeburger Eliten aus Wirtschaft, Industrie, Politik, dem Bildungswesen und der Ärzteschaft beigetreten. Bereits auf der Oktobersitzung 1869, also monatlich Vereinssitzung durchgeführt, machte sich eine Neuwahl notwendig, da zwei in Abwesenheit in den Vorstand gewählte Vertreter ihre Wahl vom 13. September nicht annahmen. Der Verein hatte deswegen keinen ersten Vorsitzenden. Hermann Grusen als gewählter zweiter Vorsitzende sprang ein und stimmte zu, die Vereinsgeschäfte bis Ende des Jahres zu führen. Grusen hat sich in diesen ersten Vereinsveranstaltungen aktiv mit eingebracht. Besonders hervorzuheben ist die Novembersitzung des Vereins. Da war es Hermann Grusen gelungen, den Nester der Meteorologie in Deutschland, Prof. Dr. Heinrich Wilhelm Dove aus Berlin, Physiker und Meteorologe zu einem Vortrag nach Magdeburg zu bewegen. Der Vortrag fand im Rathaussaal am Freitag, den 19. November statt und es ist wie überliefert oder er war wie überliefert auch für Damen. Eine über 500 Personen zählende Zuhörerschaft fand sich zum Vortrag ein und damit, meine sehr verehrten Damen und Herren, dürfte diese Veranstaltung vom 19. November wohl die bestbesuchteste Veranstaltung in der nunmehr über 150-jährigen Geschichte des Vereins gewesen sein. Der Titel des Vortrag ist es uns leider nicht überliefert, dafür aber eine kurze Schilderung, die Einblicke in Inhalte sowie die Stimmung und Atmosphäre der Veranstaltung geben. Ich zitiere, die Zuhörerschaft lauschte andächtig den Worten des Mannes, dessen eindringenden und ausdauernden Forschungen wichtige Gebiete der Naturkunde ihre wissenschaftliche Begründung verdanken. Der ist auch als Redner besonders verstand, die Fülle von wissenschaftlichem Geist mit lebenswürdig feinem Humor zu würzen. Aus diesem Zitat. Auf der Dezember-Sitzung 1869 im kleinen Casinosaal wurde der Vorstand nun endlich satzungsgemäß mittels Stimmzesse gewählt und man wundert sich, Hermann Gruson oder wundert sich nicht, zum ersten Vorsitzenden. Zum zweiten Vorsitzenden rückte der Oberlehrer Schreiber auf, der gleichzeitig die Funktion als Verwalter der Sammlung übernahm. Mit der Schenkung der Mineralensammlung des Fabrikanten Mähne wurde eine erste Sammlung übernommen und der Aufbau der geplanten naturwissenschaftlichen Sammlung begann somit bereits drei Monate nach Vereinsgründung. Der Verein hat sich dann neun Sektionen zugelegt, die die verschiedenen Wissenschaftsgebiete ableitern und im Jahr 1870 folgte die Wahl der Sektionsleiter, die Sie hier sehen, wo das rote Kästchen etwas verrutscht, aber Sie erkennen, dass Hermann Gruson, Kommerzenrat, Fabrikbesitzer aus Bukau, die Astronomie übernommen hat. Es ist bekannt, dass das Interesse Hermann Grusons an der Astronomie durch seinen Vater Louis-Abraum Gruson geweckt wurde, der eine privat betriebene Sternwarte unterhielt. Nach Auskunft von Harald Müller, Mitglied in der heutigen Astronomischen Gesellschaft Magdeburg e.V., befand sich die Sternwarte auf einem Turm der alten Zitadelle. Als bildlichen Beweis, Frau Köster, haben wir ein Gemälde aus dem Stand des Kulturhistorischen Museum herangenommen. Magdeburg-Stadtansicht von Südost mit Friedrich-Wilhelms-Garten 1831 von Karl-Hasen-Flug. Tja, im Moment sehen Sie noch nicht viel. Dort, wo der Rote Kreis ist, da wird es spannend. Ich habe das mal rausgezogen und da sehen Sie St. Sebastianskirche und einen Turm der alten Zitadelle und auf diesem Turm eine Beobachtungskuppel, die, so wie gesagt, die Meinung der Fachleute der astronomischen Untersuchung gedient haben wird. Im Oktober 1858 hat sich Hermann Krusund der Beobachtung des damals gut sichtbaren Kometen Donati gewidmet und im Mai 1859 dann einen Vortrag in der Gesellschaft Athene in Magdeburg gehalten und seine Gedanken über diese Himmelserscheinung dargelegt. Dies war übrigens, soweit mir bekannt ist, der einzige von Hermann Krusund öffentlich gehaltene Vortrag zu einem naturwissenschaftlichen Thema. Weitere Vorträge sind mir nicht bekannt. Am 14. September des Jahres 1871 feierte dann der Verein im festlich geschmückten Konzertsaal des Casinos sein zweijähriges Bestehen. Die Begrüßungsrede hielt Oberlehrer Dr. Schreiber, der zweite Vorsitzende, ein Hinweis darauf, dass sich Hermann Krusund aus der aktiven Vereinsarbeit zurückzog. Auf der Dezember Sitzung 1871 wurde dann folgerichtig Oberlehrer Dr. Schreiber zum ersten Vorsitzenden gewählt. Da ist es, ich zitiere, dem verehrten Vorsitzenden des Vereins, Herrn Kommerzionat Hermann Krusund, seine geschäftlichen Arbeiten nicht mehr möglich erscheinen, die Stelle des ersten Vorsitzenden auszufüllen. Hintergrund sind sicherlich die unternehmischen Veränderungen, die in den Jahren 1869-71 für Krusen auf dem Plan standen. Wir hatten ja schon mehrfach gehört, Fabrikumzug und Errichtung größerer und moderner Werkstätten an der Mayanenstraße. Und auch die folgenden Jahre forderten Krusen als Unternehmer und Konstrukteur in besonderer Weise, sodass es nicht verwundert, dass er für den Verein und den Vorstand nicht weiter tätig sein könnte. Nach 1871 lassen sich in den Aufzeichnungen des Vereins für mehr als zwei Jahrzehnte keine Angaben über eine weitere aktive Mitarbeit Hermann Krusund zu finden. Wir wissen aber, dass er weiterhin und bis zu seinem Lebensende Vereinsmitglied geblieben ist, wie aus dem regelmäßig veröffentlichten Mitgliederverzeichnen des Vereins zu nehmen ist. Letztmalig findet sich sein Name im Mitgliederverzeichnis vom Juli 1894. Er wird dort im alphabetischen und numerischen Verzeichnis der heimischen Mitglieder, Sie sehen es also aufgeschlüsselt nach auswärtigen und heimischen Mitgliedern, unter der Nummer 65 genannt, Große und Hermann, Geheimer Kommerzenrat, B, Freie Straße 23. Wie ging es mit dem Verein und seinem Museum nach 1871 weiter? Den Aufschwuch, den der Verein nach seiner erfolgreichen Gründung in den folgenden Jahren genommen hat, ist beachtlich. An dieser Entwicklung hat sicherlich auch Hermann Großen einen nicht unwesentlichen Anteil dank seines Arrangements in der wichtigen Startphase und seiner Reputation war die richtige Weichenstellung für den Verein erfolgt. Der Verein war von Anfang an fest in der bürgerischen Gesellschaft verankert und erfreute sich einer ständig steigenden Unterstützung auch von Seiten der Stadt. Die Entwicklung lässt sich dann ganz kurz skizzieren. Skizzieren, der Verein konnte bereits am 24. Oktober 1875 sein erstes Vereinsmuseum der Öffentlichkeit präsentieren, im Dachgeschoss des städtischen Realgymnasiums in der Brandenburger Straße 3a. Und auf dieses damals gegründete Museum geht auch das heutige städtische Museum für Naturkunde zurück. Frau Dr. Köste hatte in ihrem Vortrag die Stiftung von Hermann Groson unter anderem zum Thema von 1888. Da hatte Hermann Groson die beachtliche Summe von 100.000 Euro zum Bau eines städtischen Museumsgebäudes an die Stadt gegeben und auch der naturkundlichen Verein mit seinem Museum sollte in dieses Gebäude mit einziehen, weil im Vorfeld zwischen Verein und Stadt schon ausgehandelt war, wenn der Verein sich auflöst, dann wird die Sammlung des Museums an die Stadt gehen, da die Stadt den Verein und sein Vereinsmuseum schon mit beträchtlichen Geldmitteln unterstützt hat. Dann gab es die Zurückstellung dieses Projektes und das Projekt Unterbringung aller Sammlungen der Stadt, der städtischen Sammlung und auch der Sammlung des Naturkundlichen Vereins im ehemaligen Generalkommando Gebäude am Domplatz wurde favoritisiert und dorthin ist, wie heute schon gehört, der Verein auch mit eingezogen. Hier mal eine Zeichnung vom Gebäude der Verein ist also hier oben in der zweiten Etage untergekommen und wie aus den Unterlagen zu nehmen ist, hatte er auch einen separaten Zugang, also nicht durchs Hauptportal, sondern hier irgendwie über das Hintergebäude kam man dann in die zweite Etage, ganz separat und so war das damals. In den Aufzeichnen des Naturwissenschaftlichen Vereins, das fand ich interessant, finden sich keine Hinweise darauf, ob sich Hermann Groson an der Diskussion zum Thema Museumsneubau oder Nutzung des Gebäudes des ehemaligen Generalkommandos sowie der Unterbringung des Vereinsmuseums, des Naturkundigen Vereins beteiligt hat, also das spielte überhaupt in den Unterlagen des Vereins keine Rolle. Frau Körste hatte ja dargelegt, dass sehr wohl Hermann Groson auf diese Dinge Einfluss genommen hat. Aber im Verein spielt es keine Rolle. Hermann Groson und der naturwissenschaftliche Verein in den 1890er Jahren am 1. Juli 1891 scheidet Hermann Groson aus dem Vorstand seines Unternehmens aus und wird Privatier. Entsprechend seiner wissenschaftlichen Neigung entschloss er sich, seine Studien über verschiedene Himmelskörper und Erscheinungen fortzusetzen und reiste im Februar 1892 nach Ägypten. Die Ergebnisse seiner langjährigen wissenschaftlichen Beobachtung wohl auch zum Kometen Donati selbst beobachtet, wie ich vorhin schon sagte, 1858 einschließlich der Studienergebnisse aus Ägypten legt er in seinem 1893 erschienen Buch Im Reiche des Lichtes da. Hier mal die Titelseite. Im Vorwort erläutert der Verleger Westermann aus Braunschweig, dass Groson in seiner 40-jährigen Berufstätigkeit fast täglich die Gelegenheit hatte, die Erscheinung des Lichtes und der Wärme an den glühend heißen, geschmolzenen Metallmassen kennen zu lernen. Seine gesammelten Erfahrungen führten ihn zu Schlüssen über die physikalischen Eigenschaften von Licht und Wärme, die sich mit den Ansichten der gängigen Lehrmeinung durchaus nicht im Einklang fanden. Seine Ansichten haben von fachkundiger Seite aus manche Anfechtungen und Angriffe erfahren. Soweit dieses Vorwort. Auf der Vereinssitzung vom 17. Oktober 1893 referierte der damalige Vereinsvorsitzende Dr. Hinzmann über das neu erschienene Buch wird so benannt oder das Zitat lautet so der einstmalige erste Vereinsvorsitzende Hermann Krusen welcher neue eigenartige Anschauung über Körnelungen der Oberfläche Sonnenflecken die Fortpflanzung des Lichtes und der Wärme von der Sonne zur Erde das Zodiakalicht die Substanz wie Erscheinung der Kometen enthält. Also mit anderen Worten auch ein Verriss in dieser Vereinssitzung dieses Werkes von Hermann Krusen. Zur Vorbereitung des 1894 anstehenden 25-jährigen Vereinsjubiläum wurde 1893 ein Festausschutz durch den Verein gewählt, zu dem auch Hermann Krusen gehörte. Also nach einer über 20-jährigen Pause tauchte also wieder auf im Verein und wird in diesen Festausschuss gewählt. Der Festausschuss hielt 1894 fleißig Sitzungen ab, mit dem Ziel, Vorschläge für die Feier zu entwickeln, die dann im August dem Verein zur Genehmigung unterbreitet wurden. Die Festsitzung wurde auf diese Weise gut vorbereitet und fand am 12. September 1894 statt. Ein Bericht über den Verlauf der Festsitzung ist uns überliefert. Frohe Festteilnehmer füllten Mittwoch, den 12. September abends 6 Uhr den Konzertsaal der Harmonie. Galt es doch, das Jubiläum des hiesigen naturwissenschaftlichen Vereins im Kreise seiner Mitglieder, Freude, Gönner und deren Damen zu feiern. Laut Programm sollte der einstmalige erste Vorsitzende des Vereins Geheimer Kommerz und Herr Gruson die Feier mit einer Ansprache eröffnen. Leider war der verehrte Herr durch Kränklichkeit an der Erfüllung dieser gern übernommenen Verpflichtung verhindert und zeigte dies dem derzeitigen Vorsitzenden Direktor Hinsmann am Morgen des Festtages an. Also sehr kurzfristig. Direktor Hinsmann überham deshalb außerplanmäßig zur eigentlich vorgesehenen Festrede auch die Begrüßungsrede und wo beide reden glücklicherweise miteinander. Also die Veranstaltung ist gerettet worden trotz der kurzfristigen Absage. Auf der Festveranstaltung wurden nach Beschluss des Vereins fünf Ehrenmitglieder öffentlich benannt. Einer von ihnen war Hermann Gruson, Bürgermeister, Vertreter des Vereins, Vertreter des Vereins, Wissenschaftler aus Halle und der ehemalige erste Vorsitzende. An den offiziellen Teil, achso, sollte ich vielleicht noch erwähnen, es gab künstlerlich ausgefertigte Ernennungsurkunden, die habe ich leider noch nicht gefunden, vielleicht finden wir sie noch im Stadtarchiv, da müssen noch mal genauer nachgesucht werden, das wäre also spannend zu sehen. An den offiziellen Teil der Jubiläumsveranstaltung schloss sich dann der gesellige Teil an, unter anderem mit Festmahlen, mit Musik, Gewürz durch manchen Toast sowie mit einem launigen Festspiel und den Vortrag der Froschkantate durch vier Herren. Im Januar 1895 verstarb ein alter Freund Grosons, der Oberbürgermeister Bötticher. Groson wohnte den Trauerfeiligkeiten im Rathaus bei. Es ist überliefert, dass sich Groson bald darauf nicht wohlfühlte, erkrankte und dann nur wenige Tage später am 30. Januar verstarb. Im Ergebnis dieser traurigen Ereignisse musste der Verein auf seiner Sitzung am 5. Februar dieses Jahres 1895 den Verlust zweier Ehrenmitglieder beklagen. Die Sitzung wurde auf Wunsch des Vorsitzenden dem Gedächtnis Groson gewidmet und über die zweite Auflage seines Buches Im Reiche des Lichtes referierte Dr. Burchard aus Berlin. Leider, obwohl Groson diese Arbeit komplett überarbeitet hat, beziehungsweise überarbeiten lassen, wurde sie nach wie vor von der Fachwelt so verstanden, dass es eigenartige Ideen waren, die Hermann Groson dort zum Ausdruck gebracht hat. Ja, ich komme kurz zur Zusammenfassung. Hermann Groson ist einer der Mitbegründer des Naturwissenschaftlichen Vereins und dessen erster Vorsitzender, hat in den Gründungsjahren 1869 bis 1871 dank seines Arrangements und seiner persönlichen Reputation einen nicht unerheblichen Anteil daran, dass sich in Magdeburg erfolgreich ein naturwissenschaftlicher Verein etablieren konnte. Die weiteren Aktivitäten des Vereins führten schließlich 1875 zur Gründung des Vereinsmuseums, aus dem das heutige Museum für Naturkunde hervorgegangen ist. Groson beförderte mit seinem Mäzenatentum die Idee des Baus eines städtischen Museumsgebäudes, welches nach einer Interimsphase von 1893 bis 1906 und der Unterbringung der städtischen Sammlung und des Naturkundemuseums des Vereins am Domplatz mit der Einweihung des Neuerbauten Kaiser Friedrich Museums für Kunst und Kunst Gewerbe 1906 seinen Abschluss und seine Umsetzung fand. Und er hat damit der Naturkunde, wenn auch nicht zu einem erhofften Neubau, es auch dazu verholfen, dass das komplette Gebäude am Domplatz 5 mit all seinen Räumen für die folgenden fast 40 Jahre der Naturkunde allein zur Verfügung stand. Verein und Hermann Groson fanden nach 1891 wieder stärker zueinander. So nahm Hermann Groson 1893 die Berufung zur Teilnahme am Festausschuss zur Vorbereitung des 25-jährigen Vereinsjubiläums an, ebenso wie seine Ernennung zum Ehrenmitglied des Vereins. Und der Verein hat über seine Buchpublikation an zwei Veranstaltungen sich kritisch auseinandergesetzt. Bemerkenswert ist der Umstand, dass Grosons Aktivitäten in botanischer Hinsicht, im Naturwissenschaftlichen Verein gab es auch eine botanische Sektion, seine botanischen Aktivitäten verbunden mit der Kultivierung von Pflanzen in eigenen Wechshäusern, der Anlagen einer der größten Kakteensammlungen, sich in keiner Weise in den Vorträgen und Publikationen des Naturwissenschaftlichen Vereins bis 1895 wiedergefunden haben. Und auch zu anderen naturwissenschaftlichen Themen hat er sich nie geäußert. Das ist also ein interessantes Phänomen, was nachdem die Unterlagen noch mal alle kritisch durchgeschaut worden sind, sich dann zeigte. Die Gründe dafür sind sicherlich vielfältig, aber so eine richtige Erläuterung dazu habe ich nicht gefunden. Hier noch mal das Bild signiert 1892 dürfte eine Fotografie sein und ich bin hiermit zum Schluss meines Vortrags gekommen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Danke. Herr Pellmann, vielen Dank für Ihren Vortrag. Jetzt wäre die Möglichkeit noch Fragen an den Referenten zu stellen. Eine sehe ich schon. Herr Döring. Haben Sie in das Lichtbuch mal hineingeschaut? In das Lichtbuch von Herrn Puson? Das ist ja schon wüst. Also das Wissen um das Licht ist seit dem 17. Jahrhundert in Ausbreitung und in Optik sehr gut erforscht. Seit den 1850er Jahren ist das Auge bis ins Detailverstand von Hermann von Helmholtz und worin bestehen denn die abweichenden Thesen von Herrn Puson und wie ist denn die Argumentationsstruktur die Erfahrung? Er hat als Metalloge sich intensiv mit der Erzeugung von flüssigem Metall beschäftigt und das war sein Ausgangspunkt und aus diesem Ausgangspunkt unabhängig von den bis dahin schon bekannten naturwissenschaftlichen Erkenntnissen hat er dann eine eigene Theorie entwickelt und das ist natürlich in Fachkreisen dann auf Ablehnung gestoßen weil der Ausgangspunkt glühende Metallmassen gleich Sonne zu setzen das ist also der Ausgangspunkt von Hermann Gruson gewesen und das widersprach der schon damals üblichen wissenschaftlichen Meinung Was ja schon bemerkenswert ist weil dann im 1900 Max Planck mit dem schwarzen Strahlein Genau er war das ist wahrscheinlich ein generelles Problem gewesen er war nicht in dieser wissenschaftlichen Community verankert und kannte offenbar nicht die damals schon sich durchsetzenden Theorien über diese Themen und deswegen ist dieses Werk ein gewisses Kuriosum sicherlich interessant zu lesen gar keine Frage aber es trifft eben nicht den Kern dieser Phänomene die er beschreibt oder es stimmt nicht überein mit den naturwissenschaftlichen Erkenntnissen der damaligen Zeit Gibt es noch weitere Fragen an Dr. Pellmann? Das scheint nicht der Fall zu sein dann kommen wir jetzt eigentlich schon da gehe ich mal weg sonst gibt es eine Rückruktion genau danke nochmal Ihr Applaus dann sind wir eigentlich auch schon langsam am Ende unserer Tagung angekommen sind jetzt noch alle bis auf Dr. Heiden noch alle Referenten vollzählig wenn also jetzt noch was offen geblieben ist aus den vorangegangenen Sektionen wäre jetzt nochmal die Möglichkeit die Referenten zur Rede zu stellen falls das nicht der Fall ist haben Sie ein bisschen Geduld ich habe es ja vorhin schon angekündigt es wird einen Tagungsband geben wir haben ganz grob den Zeitplan dass wir so im Herbst anfangen werden die Manuskripte abzufragen dann werden die üblichen Runden kommen mit Druckfahnen und Anpassung von Fußnoten und was alles dazu gehört und ich glaube der Plan ist so ganz grob im Frühjahr nächsten Jahres dann noch zu veröffentlichen wenn ich jetzt so die Tagung Revue passieren lasse stelle ich fest wir haben uns den ganzen Tag mit Hermann Gruson beschäftigt aber wir wissen doch immer noch sehr wenig von ihm für mich war es sehr spannend zu sehen dass Behauptungen starke Behauptungen die in vielen Quellen immer wieder wiederholt worden sind dann doch der tatsächlichen Betrachtung wenn man in die Archive geht wieder nicht standhalten das ist ganz besonders für die Vereinstätigkeit der Fall gewesen ich habe es auch an mehrfacher Stelle gelesen dass Gruson angeblich sich gesellschaftlich fast nicht betätigt hätte im kulturellen Leben Magdeburg wir haben an mehreren Beispielen gehört dass das definitiv nicht der Fall gewesen ist es gibt andere Beispiele dafür das bestätigt mal wieder das was wir eigentlich schon wissen es hilft alles nichts wir müssen in die Archive gehen wir müssen an die Quellen ran es war schön zu hören von Professor Streml und auch von Dr. Haydn dass es diese Möglichkeiten gibt dass es durchaus Bestände gibt die teilweise schon seit vielen Jahren eigentlich zugänglich sind die nur offensichtlich bisher noch niemand sich richtig zur Hand genommen hat und wir wissen auf der anderen Seite dass jetzt im Landesarchiv eben mit dieser großen Übernahme des ehemaligen Skettbestandes noch ein großes Feld aufgemacht worden sind wir wissen wahrscheinlich noch ganz vieles nicht über diesen Bestand das hat Dr. Haydn ja auch schon erklärt wie man da jetzt vorgehen wird aber für mich ist persönlich unterm Strich sich eben doch noch mal intensiver mit Hermann Gruson zu befassen den Vergleich auch zu wagen mit anderen Unternehmer Persönlichkeiten Prof. Streml hat das vorgemacht es gäbe sicherlich gerade auch hier in Magdeburg noch mal andere Persönlichkeiten ich habe das auch nur einmal ganz kurz angekratzt indem ich einfach geguckt habe wie sah es denn mit den Sozialeinrichtungen mit den Speisesälen bei den anderen großen Unternehmern aus aber es war wirklich nur der erste Einbruch des Ganzen Gerd meine Erspielung wäre Hermann Gruson in unserer Stadt noch ich sag mal gleich kann hier Unternehmer haben sich auch mit einer ähnlichen Intensität mit diesen Personen zu beschäftigen vorrangig angefangen von Rudolf Räuf über Schöpfer und Grunberg und du hast ja auch gerade diese Familien Geschichte der Grunberg von der Nachfolgerin von Rudenberg erhalten und kann man so ein bisschen nachvollziehen wie viel Inhalt da ist und ich denke es ist auch allerzeit oder höchste Zeit also verstärkt auch immer geguckt auf diese Möglichkeiten hinzuweilen weil die ich sag mal die stehen eigentlich für die Stadt wie die heute strukturell aufgestellt ist man kann die Spuren überall noch sehen und ich denke das wäre angemessen die gleiche Identität mal diesen Möglichkeiten zuzuwenden und ja ich habe mich schon auch interessiert wie diese Leute unternahe kommuniziert haben ja denn jetzt habe ich gerade mit der Stauern festgestellt dass in der Naturwissenschaft in der Weltkamp also die Zeit offensichtlich ziemlich aktiv gewesen ist und wo wirklich gibt es auch noch andere vor allen Dingen im VDI dass man das an der Stelle noch behauptet auf die Rolle von Rudolf weil da findet man die Mannschaft gehalten und das hat mir auch gut gefallen und Herr Professor Schäuble die Gegenüber Stellung hat und Bruder und Grupp die ich glaube auch vielen in die vor haben das Jahr noch nicht bekannt gewesen ist Herr Post Sie wollten auch noch was zu uns sprechen und zwar wird die Geschichte des Grusernwerkes wird jetzt weiter geschrieben durch das Magdeburger Theater Morgen ist die Veranstaltung Premiere in Fieber da wird also ein Projekt vorgestellt zur Stadtgeschichte und gleichzeitig zur Geschichte der Thälmannwerker das heißt also ab 26.03. finden sechs Veranstaltungen statt 40 Mann die ersten drei sind schon ausgebucht da werden also Zeitzeugen die damals im Thälmannwerk gearbeitet haben die werden dort bei der Führung durch das gesamte Werk vom Technik Museum zur Hauptverwaltung bis zum Betrieb 13 werden dort vorgestellt und es wird immer etwas über die Geschichte erzählt wie es 1989 90 93 hier im Werk war die sind tatsächlich eingeladen Dokumentieren Sie das auch haben Sie jemanden dabei der hier sind die Stadt macht das das wird alles dokumentieren also wer das jetzt im Einzelnen macht das macht die Frau Williams und Kinalen und Herr Czerny und wie sie alle heißen also alle Theaterregisseure sind an diesen dabei und die Veranstaltung beginnt am 26. 3. hier vorne an der Tür ist eine offizielle Theaterveranstaltung Titel unter schwebenden Lasten wir sind stolz mit Veranstalter sein zu dürfen Dr. Volkmar wollte noch was Ja ich glaube ich spreche für viele Zuhörer heute wenn ich nochmal einen Dank ausspreche an die Veranstalter an Herrn Dr. Martins und Herrn Dr. Neumann die sich hier eines Themas angenommen haben von dem wir eben gehört haben es ist noch viel zu tun und dazu vielleicht zwei Gedanken zum einen ist ja die Frage wann konnte bisher über diese Themen in Magdeburg geforscht werden und wenn wir uns das genau anschauen ist das ein relativ kleiner Zeitabschnitt von ungefähr um 1900 bis ungefähr in die 1930er Jahre als es eine innovative und auch aktive stadtgeschichtliche Forschung in Magdeburg gegeben hat die von den Leuten getragen wurden die eben damals geforscht haben das waren meistens Lehrer Pfarrer Intellektuelle die damals die Grundlagen für stadtgeschichtliche Forschung gelegt haben dann gab es eine lange Zeit wo diese Themen eben nicht mehr en vogue waren und im Grunde genommen und das ist eigentlich mein erster Punkt den ich sehr betonen möchte stehen wir immer noch völlig am Anfang am Anfang einer Bewegung die Magdeburger Stadtgeschichte in allen ihren Epochen in allen ihren Dimensionen in allen ihrem Reichtum wieder zu entdecken und das kulturelle Erbe unserer Stadt wieder zu erschließen und dann auf diesem Erbe dann eben auch Zukunft zu bauen und das ist einfach ein Prozess das kann man auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung nicht genug betonen der seine Zeit dauern wird deswegen ist diese Veranstaltung so wichtig und gleichzeitig glaube ich ist es schon auch wichtig dass wir fragen wer tut das dann wir haben heute einen sehr diskussionsfreudigen Vertreter der Universität bei uns gehabt das freut mich sehr und dafür bin ich dankbar aber wir wissen natürlich auch dass die Geschichtswissenschaften hier an der Ott von Gerrke Universität vor einigen Jahren als Studiengang eingestellt worden sind und damit fehlen uns natürlich auch ganz wesentlich junge Leute die hier die stadtgeschichtliche Forschung vorantreiben können und wenn wir uns anschauen wie beispielsweise ich als Leipziger blicke nach Leipzig die große Leipziger Stadtgeschichte die in den letzten Jahren publiziert wurde mit etwa 80 Personen die sich daran beteiligt haben mit eigenen Beiträgen wenn man guckt wo die herkommen sind das natürlich alles Leute der örtlichen Universität das heißt wir haben in Magdeburg schon auch die Schwierigkeit Nachwuchs zu organisieren für Magdeburger Themen und der Fachbereich Stadtgeschichte und Historische Sammlung ist seit einigen Jahren selber Veranstaltungen selber Publikationen Ausstellungsprojekte vorzubereiten aber eben auch die Kontakte zu auswärtigen Universitäten zu knüpfen um eben solche Projekte auch nach vorn zu bringen wir haben im Stadtarchiv zurzeit das Projekt Deutscher Historischer Städteatlas Magdeburg und ich lade Sie alle ein am 30. Juni zu einem Workshop einem öffentlichen Workshop im Kloster Bergergarten zu diesem Projekt hier ist der Kooperationspartner die Universität Münster die also dieses Projekt mit uns gemeinsam und vielen Vertretern auch verschiedene Ämter der Stadt organisiert und es gibt eben auch Kontakte zu anderen Universitäten Leipzig beispielsweise ist ein Ort wo in letzten Jahren Veranstaltungen zur Magdeburger Stadtgeschichte regelmäßig angeboten werden die Magdeburger Stadtgesellschaft sollte trotzdem nicht aufhören darauf zu hoffen dass auch in der Otto-von-Gericke Universität wieder junge Leute in einem Studiengang den es leider wie gesagt im Moment nicht gibt an die Themen herangeführt werden können und ich wünsche mir das sehr weil es das reiche Engagement von Vereinen die hier in der Stadt sich um verschiedene Aspekte der Stadtgeschichte kümmern bereichern würde wenn es eben dieses junge forschende Blut gibt wenn sie mir diesen etwas altväterlichen Ausdruck verzeihen mögen es geht eben darum die nächste Generation an die reiche Geschichte unserer Stadt heranzuführen und da haben wir offengestanden noch einiges an Arbeit zu leisten aber deswegen ist so ein Tag wie heute ein wunderschöner Tag weil es zeigt welches Potenzial diese Themen haben weil wir viele auswärtige Referenten auch gewinnen konnten und da möchte ich für die Arbeit und auch für den Mut das jetzt in Corona Zeiten im dritten Anlauf dann zum Ziel zu bringen Herrn Dr. Martins und Herrn Dr. Neumann nochmal herzlich danken Applaus Ich habe zu danken möchte sich noch jemand zu Wort melden Das scheint nicht der Fall zu sein Dann danke ich herzlich erstmal den Referenten ganz besonders den Auswärtigen die sich auf den Weg zu uns gemacht haben aber allen die zu dieser Tagung beigetragen haben ich habe dem Team schon gedankt ich danke Ihnen den Teilnehmenden und ich danke natürlich auch denen ich habe sie jetzt leider natürlich naturgemäß nicht persönlich kennenlernen können die uns über YouTube zugeschaltet sind ich hoffe Sie hatten eine genauso interessante Tagung wie ich es empfunden habe für Sie alle gilt bleiben Sie gesund kommen Sie gut nach Hause genießen Sie den Rest des Wochenendes Wetter ist traumhaft Kaiserwetter hätte man zu Grosons Zeiten gehabt und das Fazit was Dr. Volkmar gerade gezogen hat da sind wir dann auch wieder bei Groson wir hatten es mit den Pflanzen er ist mit einem Gebiet fertig das ist dann okay das kann dann zur Seite geschoben werden und dann das neue wir sind noch nicht fertig wir stehen noch am Anfang ich freue mich drauf Dankeschön dass Sie bei uns waren Applaus 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 Vielen Dank. Vielen Dank.